Moin, moin, liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcasts. Wir sind die Crew und heute wird's gemeinsam in physischer Nähe gechillt. Ja, ich freue mich total, ich kann Julian gerade anfassen. Es gibt hohen Besuch in Leipzig. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch und es wird heute wieder richtig kuschelig hier. Wir haben uns an einen Tisch gesetzt und wie in guten alten Zeiten nehmen wir heute den Crewcast hier in Felix Studio auf. Und ja, das ist so komisch. Wir sind uns auch sehr nah, muss man dazu sagen, was einfach den Hintergrund hat, dass wir vor... Das würden wir so gern haben. Ja, das auch. Aber vor meinem normalen Crewcast-Hintergrund im Studio aufnehmen und den habe ich halt von Anfang an eigentlich so konzipiert, dass man da alleine sinnvoll sitzen kann. Man kann auch zu zweit hier sinnvoll sitzen. Das geht schon, ja. Ja, klar. Auch wenn unsere Knie sich gerade berühren, aber das ist dann einfach für den Weib. Das ist fürs Feeling ja auch wichtig. Genau. Ja, aber was verschlägt dich denn nach Leipzig? Wie kommst du hierher? Ja, tatsächlich wollte ich dich einfach mal besuchen. Ja, das zum einen, aber es gab auch noch einen ganz kleinen anderen Grund. Der initiale Grund war, ich wollte Felix einfach mal besuchen und es muss ja nicht immer irgendwelche krassen Gründe geben, aber dann kam noch dazu, und deswegen ist es dieses Datum geworden, dass ja noch ein gewisses Festival veranstaltet wurde. Genau, Festival ist immer ein geiler Name dafür, aber klar, das ist der Vibe so ein bisschen, auch wegen Forza natürlich. Das Horizon-Festival hat stattgefunden, das Electrified Horizon, unser Track Day mit Michelin, den wir veranstaltet haben und Silent Drive, der war jetzt gestern at this point. Ja, wir sind noch richtig frisch hier am Start. Ja. Und ja, da habe ich... Bisschen geredert noch, muss ich sagen, weil es war ein wilder Tag. Geredert. Pum, pum, tsch. Oh nein. Richtig geredert ist der Junge. Der sponsert bei Michelin. Ciao. Nein, aber ich habe mir gedacht, wenn ich nach Leipzig komme, dann komme ich natürlich nur zu einem Tuning-Treff, weil ihr wisst es, Leute, ich bin bei meinem Auto wirklich voll hinterher, da das letzte Prozent rauszuholen an Performance und das Coole war bei diesem Track Day, den ihr veranstaltet habt, dass man da ja dann auch wirklich am Track parken konnte mit seinem Auto, das richtig präsentieren konnte und da habe ich gedacht, komm, mein Standard Range, das muss da stehen. Genau, außerdem hast du ja auch einen modifizierten Tesla, muss man auch dazu sagen. Ich habe meine Modifikation auch mitgebracht. Die du reißt, ne, also die Anhängerkupplung wurde dran geschmollt. Die ist auch dran geblieben für den Trip. Ich muss sagen, das freut mich auch direkt am, war einer der Sachen, die mich am meisten gefreut haben irgendwie bei diesem Track Day, dass auch so viele Leute einfach auch ganz normal mit ihren Autos dann einfach gekommen sind und auch ganz normal irgendwie komplett unumgebaute Teslas oder so einfach mal über die Rennstrecke gefahren haben. Weil darum geht es im Endeffekt, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen gute Laune und der Spreewaldring ist ja jetzt auch nicht so eine Ultra-Highspeed-Strecke mit ewig langen Geraden oder so, sondern da kann man auch, sag ich mal, als Einsteiger relativ entspannt draufgehen und sich einfach mal ein bisschen rantrauen und mal ein bisschen gucken, was das eigene Auto so kann und da ein bisschen rumexperimentieren. Ja, und sonst kann man da auch lecker essen und ein bisschen gucken und geht auch, also man muss jetzt nicht unbedingt der Rennfahrer sein. Ja, ich war auch tatsächlich, ich bin den ganzen Tag kein einziges Mal selbst ein Auto auf der Rennstrecke gefahren. Ich war auf der Rennstrecke, ich habe eine Taxifahrt gemacht im e-tron GT Performance, ein unfassbares Auto. Im Plaid von Philipp bin ich einmal mitgefahren, der hatte das Track Pack drauf mit der Carbon-Keramikbremse und den Trackfelgen. Und bei Jonas bin ich auch mal mitgefahren, der sein Model 3 wie ein Gestörter über die Rennstrecke geschoben hat. Also das war sehr schnell. Das durfte ich auch erleben. Aber selbst gefahren bin ich nicht. Ich war so, Digga, bremst doch. Da ist doch schon die Kurve, bremst doch bitte. Und ja, das ging auf jeden Fall sehr, ja, hat einen sehr mitgenommen. Ja, witzigerweise hatten wir auch ein bisschen Glück im Unglück oder Unglück im Glück, weil wir eigentlich ja auch den Spreer-Ring so ein bisschen wegen seiner Nähe zu einem Supercharger ausgewählt haben, weil da direkt um die Ecke eigentlich einer ist, damit man da immer schön sein Auto aufladen kann. Hat sich Tesla zwei Tage vorher gedacht, ach, den Supercharger, mach mal zu. Dann war der einfach zu, gab trotzdem genügend Lademöglichkeiten, also es ist jetzt nicht komplett im Chaos versunken. Aber es war eigentlich ganz witzig, weil dann super viele Leute auch oft spontan noch vorbeigekommen sind, die auf der Suche nach dem geschlossenen Supercharger waren und dann gesehen haben, oh, da kann man gerade gar nicht laden. Ah, egal, dann fahre ich mal zurück auf die Autobahn und dann führt halt die Landstraße zufällig genau am Spreer-Wald-Ring vorbei. Und dann haben die, glaube ich, gesehen, huch, was ist da los? Irgendwie ganz viele Autos, irgendwie Elektroautos auf einer Rennstrecke. Ach, dann fahre ich da mal raus und gucke, was da so abgeht. Also da hatten wir dann auch spontan echt viele Leute am Start und auch allgemein, muss ich sagen, war es... Laufkundschaft oder Fahrkundschaft. Stimmt, ja. Allgemein war es aber auch einfach mega schön, wie viele Leute gekommen sind, auch so schon. Und was für schöne Gespräche man auch einfach mit verschiedenen Leuten haben konnte. Auch mit anderen Leuten aus der E-Autoszene. Ich habe endlich mal mit André von E-Fieber gequatscht. Verfolge ich irgendwie auch schon seit Ewigkeiten, aber irgendwie nie die Gelegenheit gehabt, da mal mit dem ein bisschen zu quatschen. Und jetzt auf dem Electrified Horizon dann doch. Das war super schön. Ja, es war einfach ein kleines Klassentreffen. Tatsächlich, ja. Ja, also ich habe auch mit ein paar Jungs gesprochen, die meinten, ja, wir haben dich dann und dann schon auf der IFA gesehen und pipapo. Wir hören auch liebe Grüße an die Jungs, die wissen jetzt eh, wenn sie gemeint sind. Sehr tolle Gespräche gehabt und ja, viele coole Leute am Start gewesen. Und ja, dementsprechend war das mal ein gutes Erlebnis auf jeden Fall. Selbst wenn man nicht selber dieser Racing-Fanatiker ist. Ja, es war einfach so ein Community-Event ein bisschen und so viele schöne Umgebaute aus, auch einfach nur zum Angucken. Das stimmt, ja. Mein persönliches Highlight optisch war auf jeden Fall der Ioniq 5, der da war. Tiefer gelegt mit Luftfahrwerk und weißen Felgen, der stand so schön da und da habe ich mich wieder neu in dieses Auto verliebt. Das ist wirklich, ach. Ja, aus dem kann man richtig viel machen. Ja, wenn es kein Tesla wäre, dann Ioniq wahrscheinlich. Also das, ach. Das war auch ein neuer Macan, da der neue elektrische Macan. Der wurde aber irgendwie so ein bisschen, ja, so richtig hin und wieder angesehen von ein paar Leuten. Ja, sagen wir es so. Genau. Da war nicht so die große Tummelei drumherum. Mehr Leute haben sich um den Cybertruck drumherum getummelt. Stimmt, ein Cybertruck war auch einfach da, genau. Ja, war eigentlich gar nicht geplant. Das war dann nochmal so eine Last-Minute-Aktion vom Christian von Silent Drive. Der hat das dann nochmal in den letzten Tagen vor dem Trackday nochmal auf die Beine gestellt, dass da so ein Cybertruck steht. Jetzt nicht unbedingt, weil der Cybertruck das allergeilste Auto des Jahrtausends ist, das unbedingt auf einem Trackday dabei sein muss. Das darf da nicht fehlen. Aber ich finde, der Cybertruck ist so ein Auto. Ich meine, man hat den so oft online schon gesehen. So viel davon mitbekommen und so und gerade dadurch, dass er halt in Amerika schon ausgeliefert wird, aber halt in Europa eigentlich nicht zu sehen ist. Das ist eigentlich ganz cool, wenn man den mal in echt sehen kann, weil ich finde auch, dass der so in echt nochmal anders rüberkommt als auf Bildern. Das ist nochmal ein bisschen kompakter, ein bisschen kleiner. Ja, man sieht aber auch die Imperfektion. Wie zum Beispiel die rostigen Felgen und Pipapo. Ja, das ist aber normal tatsächlich, dass dieser innere Kreis Rost ansetzt beim Auto. Wirklich? Das ist mir noch nie aufgefallen. Aber da ist es mir richtig ins Auge gekommen. Ja, es fällt halt natürlich beim Cybertruck besonders auf, weil da eigentlich Radkappen davor gehören. Und die Radkappen halt nicht mehr ausgeliefert werden, weil die ja die Reifen kaputt machen. Deswegen liefert Tesla ja nur die Autos mit den Felgen aus, ohne die Radkappen drauf zu machen. Und ja, reicht dann die Radkappen zu gegebener Zeit nach. Also das ist jetzt auch schon seit Anbeginn eigentlich der Cybertruck-Auslieferung so ein Problem, was sie immer noch nicht gefixt haben. Aber cool zu sehen, wie die Leute auf das Auto reagieren. Also ich habe mal mit ein paar Leuten gesprochen, die so meinten, ach in echt ist ja irgendwie nicer, als ich dachte. Aber auch mit ein paar Leuten, die so, oh ich habe mir schon bei den Bildern immer gedacht, das ist ein kompletter Schrotthaufen. Jetzt sehe ich das in echt und denke mir, ach du Scheiß. Ja, absolut. Und ich fand auch einfach wild, wie sie es geschafft haben, dass der angemeldet wurde bei uns auf europäischen Straßen. Der kam aus Tschechien, also in Tschechien wurde der angemeldet. Aber wir sind dann ja auch zusammen ums Auto gegangen. Und der hat schon so ein paar Modifikationen bekommen, damit er überhaupt angemeldet werden kann. Wie zum Beispiel irgendwie wie so eine Gummilippe über alle Kanten rüber, weil das sonst zu scharfkantig ist für den europäischen Markt. Es gibt irgendwie so einen Rundungsgrad, den man irgendwie erreichen muss oder so. Klar gibt es das. Ja, weil, dass da nichts Spitzes dran sein darf an dem Auto, sondern es muss so eine gewisse Rundung erreichen. Und es erreichst halt, wenn du dann so eine Lippe noch drauf machst. Ja, oder auch, dass so nachträglich noch so Blinker und sowas angebracht wurden und so. Schon verrückt auf jeden Fall. Aber hat geklappt, ist in Tschechien zugelassen worden. Ja, aber schon verrückt, das Auto. Aber ich finde es irgendwie auch geil. Ja. Ja, ich fand es krass. Nee, ne, hundertprozentig. Ich fand es ganz interessant eigentlich, weil so viele Leute, ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass Julian dann auch eher auf der Seite steht von denen, die sagen so, oh, weiß ich nicht. Aber Julian stand wirklich den ganzen Tag da bei dem Cybertruck rum und waren da so, ach, das ist so fürs Land, das könnte man sich schon auch vorstellen. Ja, jetzt so mit Garten und so, ne, ist schon irgendwie geil. Mit großer PV-Anlage, es ist ja auch egal, dass der dumm viel Strom braucht und alles. Also, das ist irgendwie so, Julian kenne ich so als den dezenten Typ und dann einfach so einen kantigen Stahlpanzer vor die Tür stehen. Aber das fände ich eigentlich ganz witzig dann gerade. Ja, das fände ich auch witzig, ja. Das wäre wirklich so, auch so unerwartbar dann in dem Moment. Einfach mal die Leute überraschen, ne. Nicht so, nicht immer ein offenes Buch für alle sein, sondern vielleicht auch mal. Mit dem Stahlpanzer um die Ecke kommen, klar. Auf sympathisch einfach. Nee, aber klar, für den Track war es Quatsch, der ist auch nicht auf dem Track gefahren. Ähm, dafür sind viele andere schöne Autos auf dem Track gefahren. Also, dieser e-tron, muss ich auch nochmal ganz kurz drüber reden, das war so heftig. Also, dieser e-tron GT Performance, das ist ja quasi der schnellste e-tron, den es gibt, basierend auf dem Taycan Turbo GT. Über 1000, hat der auch über 1000 PS oder ist der bei 980, ich weiß auch nicht mehr genau, aber um die 1000 PS grob. Also, der schiebt an wie ein Plaid, aber ist halt kein Tesla, sondern ein Auto von einer Marke, die viel von Performance-Fahrzeugen versteht, eine vernünftige Bremse einbaut und vor allem auch ein richtig gutes Fahrwerk. Also, der hat so ein adaptives Fahrwerk, das während du längst auf Gehkräfte und Untergrund und so weiter reagieren kann. Und wenn du um die Kurve fährst, ist es ja eigentlich normal, dass das Auto so ein bisschen wankt, dass es sich so ein bisschen so nach außen neigt, einfach dadurch, dass die Gehkräfte wirken. Und dieses Fahrwerk steuert dann einfach komplett dagegen, fährt sich quasi auf der Außenseite der Kurve hoch, sodass, wenn das Auto dann anfängt zu wanken oder anfangen würde, sich nach außen zu neigen, dann genau perfekt gerade stehen bleibt. Und es fühlt sich an wie ein Bug. Du fährst da irgendwie mit 100 um die Kurve und das Auto ist einfach still. Du gibst Gas, so alle anderen Autos heben dann so vorne die Schnauze an, wenn du Gas gibst. Der steht einfach gerade. Das ist wie so eine Wasserwaage wahrscheinlich da einfach reinpacken könnte ins Auto, wäre immer null gewesen. Also, das ist crazy. Das ist ja verrückt. Ja, das ist schon wild. Und da hat man auch gemerkt, dass da noch mal ein paar andere Rundenzeiten auch drin sind. Wenn der dann am Limit gefahren wird, du kannst ja viel früher dann wieder beschleunigen und musst auch weniger vom Gas gehen, also weniger bremsen. Und das macht natürlich schon auf dem Track einen Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Ob das jetzt im Alltag so einen großen Unterschied macht, vielleicht auf der sehr kurvigen Landstraße? Ja, die Funktion nicht, aber es soll ja auch unebene Untergründe in Echtzeit ausbalancieren. Also, wenn du über so eine Polterstraße fährst oder so, dass der wirklich so schnell auf Wohnenschwellen und so reagiert. Also, die Werbevideos von Porsche und Audi zu dem Fahrwerk, die zeigen das natürlich sehr beeindruckend. Ich habe auch mit ein paar Leuten geredet, die es schon auf solchen Untergründen gefahren sind. Und die meinten auch, ja, funktioniert gut. Und ob es wirklich gut funktioniert, muss man da vielleicht auch mal selber ausprobieren und wo da das Limit ist. Aber die Idee ist schon krass, dass du irgendwie das Auto so schnell reagieren kannst, dass du wirklich jeden Untergrund einfach wegfedern kannst und dann darüber gleitest wie so ein Luftkissenboot. Das ist schon krass, dass das geht. Ja, definitiv. Wer ist dann nicht so teuer? Was hat der gekostet? Irgendwie 200.000 Euro oder so. Ja, auf jeden Fall. Ja, nur halb so teuer, aber auch sehr, sehr schön. Und mein persönliches Highlight von dem Event war der Tesla Roadster. Ich durfte zum ersten Mal in meinem Leben mit so einem Ding fahren. Nicht auf der Rennstrecke. Ich bin damit über die Landstraße gefahren. Aber das war auch ein Erlebnis. Das war so geil. Ich meine, als ehemaliger MX-5-Fahrer holt mich das Ding natürlich sowieso schon vom Grundprinzip komplett ab. Weil es quasi meine Vergangenheit und meine Gegenwart in einem Auto ist. So klein, wendig, eng und tief wie der Mazda. Aber halt auf der anderen Seite ein Tesla, ja, elektrisch, hat Punch. Und als erster Tesla überhaupt natürlich auch irgendwie historisch mega interessant. Weil es so das Auto ist, das so die moderne Elektroauto-Revolution angestoßen hat. Es gab natürlich vorher schon Elektroautos, aber so damit ist sehr viel ins Rollen geraten. Ja, das hat uns alle ziemlich gepackt, dieses Auto. Wir waren mehrfach auf mobile.de. Für Möglichkeiten gibt es zu kaufen, aber alles sehr teuer. Ja, ist leider nicht im Spielraum von dem, was man sich mal eben so kauft. Also von daher, ja, das bleibt ein Traum. Aber schon ein schönes Auto, ja. Ja, und hat auch echt viel Spaß gemacht. Du sitzt halt wirklich auf der Straße, ne. Dein Arsch ist vielleicht drei, vier Zentimeter vom Asphalt entfernt oder so. Weil du halt nicht auf dem Akku sitzt, wie bei den meisten anderen Elektroautos, sondern der Akku ist halt im Kofferraum. Und dann halt dazu dieser Lotus-Chassis. Da kommt man schon gut um die Kurve. Und dann Cabrio dazu natürlich auch noch so. Ah, das macht Laune. Und der klingt gut. Weißt du, der hat nicht so einen extrem leisen Elektromotor, der irgendwie voll eingepackt und gedämmt ist, sondern der klingt so richtig natürlich nach Elektro und schmeißt dir dann halt auch den Sound um die Ohren, wenn du da mal ein bisschen drauf latscht. Das ist schon geil. Das ist so Elektro mit Emotionen. Ja, und dann aber so ein ganz normales Autoradio eingebaut. Heutzutage ist ja Tesla dafür bekannt, so die eigene Software zu haben mit Updates und Pipapo. Und das ist halt einfach so ein Tesla, was den Punkt angeht, einfach komplett anders ist. Einfach so Standardbauteile eingebaut. Einfach so ein, kannst dir so ein Kenwood-Radio einfach reinknallen. Fertig. So, das ist schon verrückt. Das war schon gleichzeitig ausgeatmet. Also ich freue mich, wenn nächstes Jahr wieder ein Electrified Horizon stattfindet. Ich wäre auf jeden Fall wieder mit am Start. Es war auch angeheb, ich war auch gar nicht so ultratief an der Organisation beteiligt. Das war eigentlich ganz angenehm, da dann hinkommen zu können und sich das alles mal mit gesunder Distanz auch ein bisschen anzuschauen. Während Jonas sehr viel durch die Gegend gerannt ist, um irgendwelche Sachen zu organisieren. Wir haben natürlich trotzdem auch viel geholfen, gerade beim Auf- und Abbau. Aber das war dann schön, wirklich diesen Tag so genießen zu können. Minibar war auch mit dabei und durfte sich viele schnelle Autos anschauen. Es gab eine Hüpfburg, wo wir dann ein bisschen zusammen Gas gegeben haben. Und ja, allgemein. Die Leute zu treffen war das Allerbeste. Das war auch ein bisschen Klassenfahrtsfeeling. Aber gut, kommen wir zu unserem zweiten Thema im Crewcast, und zwar Apple. Über Tesla haben wir ja schon gesprochen, also was fehlt noch, Leute? Apple. Und ja, es gibt ein paar neue Gerüchte. Die Lage an Gerüchte, Wolken, hat sich ein bisschen zugezogen. Ach, ich labere manchmal auch scheiße. Auf jeden Fall gibt es ein paar News. Und zwar zum iPhone SE4. Denn, ja, es gibt jetzt so ein paar Infos, oder man munkelt, wie dieses Gerät auch sehen könnte, von so ein paar bekannteren Leakern. Die haben sich dazu geäußert. Und ich finde es tatsächlich ganz interessant, weil ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass dieses iPhone tatsächlich für viele Leute, glaube ich, eine ganz coole Option ist. Es soll wahrscheinlich nächstes Jahr kommen, weil auch das letzte iPhone SE im März vorgestellt wurde, liegt es nahe, dass das jetzt bei dem iPhone SE4 auch der Fall wäre. Also nächstes Jahr im März könnten wir damit rechnen. Und ja, um euch mal kurz abzuholen, was wir uns von diesem Smartphone erhoffen können. Es wird wahrscheinlich in vielen Punkten auf dem iPhone 16 aufbauen, aber nicht beim Design, sondern so vom Prozessor. Der A18 soll auch drin sein. Das war ja beim letzten Mal auch schon so, dass das iPhone SE einen sehr leistungsstarken Prozessor hatte. Ja, das ist quasi das Grundprinzip beim SE. Altes Gehäuse, neue Technik irgendwie. Und das dann alles so miteinander verschmelzen, dass es zum stabilen Preis dann angeboten werden kann. Und das wird, glaube ich, diesmal auch sehr spannend, weil das dann dazu führt, dass du dir ein iPhone 15 kaufen kannst, was kein Apple Intelligence bekommt. Und das iPhone SE wird wahrscheinlich Apple Intelligence bekommen dann irgendwann. Aber das ist halt schon irgendwie so gut. Zu gegebener Zeit dann. Ja, zu gegebener Zeit. Aber wir haben dann halt auf der Rückseite nur eine Kamera. Es gibt dann kein Ultraweitwinkel oder auch kein Tele-Zoom natürlich. Aber wir werden da wahrscheinlich so ein Kamera-Setup haben, wie wir es auch vom iPhone 15 kennen, was die Front- und Hauptkamera angeht. Ja, 48 Megapixel. Da werden sie dann wahrscheinlich auch wieder sagen, ach, guck mal, zweifach Zoom ist ja mit drin, obwohl es nur eine Linse ist. Es ist quasi zwei Linsen in einem. Tele ist quasi mit drin. Kriegt man auch on top. Was aber so fehlen wird, ist dann halt, also klar, wir haben auch 60 Hertz, ist klar, aber das OLED-Display, wie wir es auch vom iPhone 15 kennen. Keine Dynamic Island wahrscheinlich. Also da gehen sie wahrscheinlich aufs Gehäuse vom iPhone 14 quasi dann rein. Ja. Aber halt endlich auch dünne Display-Ränder. So ist jetzt nichts, wo man irgendwie groß Beifall klatschen muss. Das schafft jedes Budget Android-Handy seit gefühlt fünf Jahren mindestens. Aber wenn man sich das zum letzten iPhone SE halt anschaut, wird es halt, wird es krass modern im Vergleich zum letzten SE wirken. Wir werden kein Touch-ID mehr haben, sondern Face-ID. Dann die etwas kleinere Notch oben, die man auch vom iPhone 14 kennt. Beim Pro gab es dann ja die Dynamic Island. Wir haben auch dann sowas wie den Camera-Control haben wir nicht. Action-Button haben wir nicht. Obwohl ich es beim Action-Button, also bei Camera-Control kann ich es nachvollziehen, weil die Taste hat ja relativ abgefahrene Hardware, sage ich mal, mit Drucksensor und bla und dann verbunden mit der Taptic Engine und Touch-Fläche und Pipapo. Und das natürlich, da kann man relativ schnell, relativ hohe Kosten sparen, wenn man das dann halt rauslässt. Ja, und es ist natürlich auch so ein Feature, wo man sagen kann, gut, das fehlt dann halt einfach so. Das werden dann nicht so viele Leute vermissen. Beim Action-Button muss ich allerdings sagen, ich fände es ehrlich gesagt Quatsch, wenn sie keinen Action-Button reinmachen, weil ob du jetzt eine Taste oder einen Schieberegler reinmachst, ist für die Produktion gerade so egal. Ja, und jetzt haben die schon dieses ganze Ökosystem irgendwie aufgebaut, so den Action-Button zum Markenzeichen gemacht und so. Und es gibt ja auch wirklich viele coole Sachen, die man mit dem Action-Button machen kann. Und wenn die dann sagen würden, ach, da machen wir einen normalen Schieber rein, das ist für mich wieder so ein bisschen dieses, wir nehmen das raus, damit das nicht dabei ist. Ja, damit es noch einen Grund gibt, dein iPhone 16 zu kaufen. Das fände ich ein bisschen schwach, aber das werden wir sehen. Ja, vielleicht gibt es da doch einen Action-Button. Das wäre ganz nett. Das wäre cool, aber ich traue es Apple irgendwie zu, dass das so ein Move sein wird. Aber an Kostenersparnis wird es natürlich nicht liegen, weil es ist einfach nur ein Button. Das ist ja sehr rudimentär an sich. Aber auch ohne den Action-Button würde ich sagen, dass es tatsächlich ein iPhone ist, das schon eine sehr interessante Kombi ist. Weil sowas wie Dynamic Island ist natürlich nett. Es hat einen visuell schönen Effekt. Brauchen tut man es nicht. Genau sowas wie Camera Control, da sind sich ja viele einig, dass man es nicht so mega braucht. Bei Camera Control gehe ich mit. Bei der Dynamic Island, ich glaube, das ist auch so eine Sache, da kann man sich durchaus auch mal die Frage stellen, ob es wirklich teurer ist, eine Dynamic Island in ein Display einzubauen als eine Notch oder ob es dann halt nicht einfach nur dieselben Komponenten an einem anderen Ort sind. Aber es hat schon, also ich muss sagen jetzt so, wir sind ja jetzt bei Jahr 3 der Dynamic Island so. Das hat sich schon sehr ins Ökosystem. Und es hat sich schon eingebürgert und vor allem auch der Support für die Dynamic Island von Drittanbieter-Apps ist immer und immer weiter gewachsen und mittlerweile für mich ist es was, was ich andauernd benutze und was ich eigentlich nicht vermissen möchte. Aber du bist ja auch nicht der SE-Kunde. Ja, das ist schon richtig. Also ich glaube halt wirklich für Leute, die einfach so ein kompaktes, gutes Smartphone haben wollen, die kriegen jetzt dann mit dem SE schon eine deutlich krassere Kombi als beim letzten Mal. Und halt echt einen absurden Chip, weil der A18, der wird da, ich habe da keine Zweifel, dass die den da reinschieben. Das werden die schon machen, weil es halt einfach immer so war, die SE-Geräte dann einfach immer den modernsten Chip rein. Für Apple Intelligence macht das ja auch Sinn, als ob Apple jetzt noch mal ein neues iPhone ohne Apple Intelligence rausbringt. Das glaubt er selber nicht. Das ist klar. Aber das ist dann halt ein 3-Nanometer-Smartphone-Chip mit Unterstützung für AAA-Konsolenspiele. Das Ding hat Bums ohne Ende. Ich habe jetzt die letzte Woche ein bisschen an einem Video zur Gaming-Performance von den neuen iPhones gearbeitet und der A18, der schiebt schon echt brutal an. Das ist schon wie so ein kleiner M1 in einem Smartphone. Das ist so ein Mittelklasse-iPhone einfach mit einem M1 gefühlt an Bord durch den A18. Das ist schon irgendwie absurd. Irgendwie dieser Spagat immer, den die mit diesem Gerät machen. Weil ich glaube, dass halt diese typischen iPhone SE-Kunden eigentlich überhaupt nicht die sind, die dann nach dieser Gaming-Performance oder sonst was schauen. Das ist dann halt einfach, ja, damit es Apple Intelligence kann. Ja, und das ist dann natürlich eine Sache, wo dann dieses Gerät doch profitiert. Also es wäre auch einfach zu sagen, so ja, das bekommt kein Apple Intelligence, um dann wieder mehr Anreiz für die anderen Geräte zu haben. Aber ich denke, das werden sie nicht machen. Das würde komplett gegen die ganze Philosophie sprechen, weil die jetzt ja immer mit den Prozessoren argumentiert haben, wer Apple Intelligence bekommt und wer nicht. Und wenn sie das jetzt da aufweichen, das ist dann zu offensichtlich. Und das SE kommt halt auch selten raus. Also ich meine, wie viele Jahre? Ja, es ist jetzt auch vier, fünf Jahre, irgendwie so vier Jahre. Bei 2022? Nee, 2020, ne? Ja, ich glaube, das sind jetzt vier Jahre. Ja, wir waren in der Halle, haben wir das, ja, ich erinnere mich noch ans Video, es war in der Halle, also es muss eigentlich 2020 gewesen sein. Ja, krass, ne? Also dieses iPhone SE, so das, ich fand, das letzte SE war ja schon so ein Update, wo man gesagt hat, ah, eigentlich schon fast ein zu schwaches Update, der hätte noch mal mehr kommen können, weil die SE ja dann quasi zum zweiten Mal in Folge in diesem iPhone 8 Gehäuse gesteckt hat. Ja. Und die Leute schon gesagt haben, ah, wäre da nicht irgendwas mit randlosen OLED und Blase? Ja, beim letzten Mal. Und es war ja so gerade so nicht drin, trotzdem ist das Gerät jetzt vier Jahre auf dem Markt geblieben. Und ich sehe auch immer wieder Leute damit, also es ist nicht so, als ob sich das gar nicht verkauft. So, und wenn sie jetzt halt reingehen würden mit einem Chip, der kein Apple Intelligence kann und den noch mal vier Jahre im Sortiment halten, das wäre halt echt affig. Ja. Gut, vielleicht dauert es auch noch vier Jahre, bis Apple Intelligence nach Deutschland kommt zumindest. Aber in Amerika ist ja davon auszugehen, dass dann, Ja, in Amerika. Zumindest wenn es im Herbst, äh, wenn es im Frühling vorgestellt wird, dann sollte eigentlich langsam auch die meisten Apple Intelligence Features in Amerika, in iOS 18.2 oder Punkt 3 oder wo wir dann da sind, sollte eigentlich dann langsam dabei sein. Ja. Aber beim letzten Mal war das ja auch so, bei dem letzten iPhone SE, dass sich das so unverhältnismäßig angefühlt hat, weil viele Komponenten in diesem Smartphone halt irgendwie noch sehr veraltet damals schon gewirkt haben und der Prozessor dann so richtig rausgestochen ist. Ich weiß auch genau so, dass ich irgendwie gesagt habe, so hä, irgendwie passt das Verhältnis nicht so. Du hast so Mini-Display. LCD, 60 Hertz, fette Ränder, bam. Den krassesten Prozessor zu der Zeit damals und das hat einfach nicht so gefittet. Aber jetzt in dem Gerät, finde ich, wirkt das irgendwie einfach sinnvoller von den Komponenten und auch, dass der Prozessor einfach besser genutzt werden kann. Größeres Display, OLED, klar, wir haben da auch kein Promotion, aber trotzdem wird das schon... finde ich, kann man es auch, kann man drüber hinwegsehen. Also man hätte natürlich 120 Hertz einbauen können, alle anderen machen es, aber ich finde, es macht nochmal einen Unterschied, ob man über einen 500-Euro-Smartphone redet oder über einen 1000-Euro-Smartphone. Also so beim iPhone 16, da ist wirklich frech. Beim iPhone SE würde ich sagen, ja, komm. Ja, also... Mein Gott, dann ist es so. Von daher könnte es halt wirklich eine sparsame Funktion, eine sparsame Funktion, aber auf jeden Fall ein iPhone sein, das den Geldbeutel nicht so strapaziert. und trotzdem aber gute Features liefert. Wie ist das mit dem Modem? Da hattest du vorhin was erzählt, dass das auch nochmal ein großes Ding ist. Stimmt, komplett verschwitzt. Denn das iPhone SE 4 soll quasi das erste iPhone sein, das Apples eigenes, neues, selbstentwickeltes Modem bekommt. Das nennt sich Centauri, ist der Projektname. Auf jeden Fall kaufen die ja bisher immer die Modems ein von irgendwelchen Herstellern. Und mit Modem ist halt gemeint, da wird dann zum Beispiel sowas geregelt wie 5G, WLAN, Bluetooth, all sowas. Das sind Funktionen von dem Modem, ich glaube auch bisher gewesen, oder? Ich glaube, das ist alles kombiniert. Ich weiß es. Da bin ich technisch gar nicht... Und da meinst du, die haben dann nochmal verschiedene Chips. Auf jeden Fall soll es jetzt so sein, dass der Apple-Chip oder Apples eigenes Modem halt quasi kombiniert für 5G, WLAN und Bluetooth zuständig ist. und halt besonders, wie das für Apple-Chips üblich ist, besonders energiesparend halt funktioniert. Ich weiß zumindest, dass sie es seit Jahren versuchen. Also das ist so, Apple-Modem ist so ein Thema, das begleitet uns schon sehr lange und es war schon ganz oft in den Gerüchten so, das nächste iPhone, ich kann mir mal lesen, iPhone 13 wird Apple-Modem haben. Ah nee, doch nicht. Und dann wieder verschoben und wieder verschoben. Also da haben sie sich schon ein paar Mal, glaube ich, schon verzwirbelt mit dem Projekt. Aber wenn es jetzt endlich kommt, wird es spannend. Ich finde es verrückt, dass es das erste Mal im iPhone SE dann kommt. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, vielleicht hat es auch was mit den Stückzahlen zu tun. Who knows? Dass sie sagen, vielleicht wollen sie es in der kleinen Serie erstmal antesten. Weil wenn sie es in den größeren iPhones bringen, dann wäre es ja auch Quatsch, es nur bei einem zu bringen. So, just imagine, iPhone 17 kommt raus und das iPhone 17 hat einen Apple-Modem. Aber das 17 Plus nicht und das Pro nicht und das Pro Max auch nicht. Sondern nur das normale, kleine, weil sie halt eine kleine Serie machen wollen. Das wäre irgendwie dann sehr fragmentiert und auseinandergezogen. Vielleicht ist deswegen diese Entscheidung aufs SE gefallen. Oder vielleicht auch, weil sie halt für die Modems, die sie jetzt aktuell verbauen, halt langjährige Verträge irgendwie für die High-End-Geräte gemacht haben. Und halt das SE dann der Punkt ist, wo sie sagen können, ah ja, dann probieren wir es hier halt erstmal aus, weil da sind wir nicht verpflichtet, irgendwas anderes zu nutzen. Ja, und da bin ich auch mal gespannt, ob das dann gut funktioniert, ob es da irgendwelche Bugs gibt oder auch wie sehr sich das dann auf die Akkulaufzeit ausschlägt. Ja, das ist wahrscheinlich dann so das Gerät, was man als Hotspot dann am besten nehmen kann. Wenn es ein wirklich saueffizientes Modem hat, wäre schon stark. Ja. An der Stelle möchte ich jetzt nochmal gerade ganz kurz ein dickes Shoutout an Finanzguru raushauen, die uns als Sponsor bei dieser Episode unterstützen. Finanzguru ist eine App, mit der ihr den kompletten Überblick über eure gesamten Finanzen bekommen könnt. Ihr könnt dort euer Bankkonto hinzufügen, PayPal-Konto, verschiedene Aktiendepots oder Kryptowallets, um auf einen Schlag zu sehen, wo ihr wie viel Geld habt und vor allem auch, wie viel Geld ihr monatlich so ausgebt. Die App kategorisiert dabei alle monatlichen Kosten automatisch, sodass ihr easy sehen könnt, ey, was gebe ich eigentlich im Monat für Lebensmittel aus, für Klamotten oder auch für Abo-Dienste. Ja, und mit diesem Wissen kann euch die App halt viele coole Features bieten, beispielsweise den Kontostand von morgen. Denn dadurch, dass sie wiederkehrende Zahlungen erkennt, kann sie eben auch vorhersagen, wie der Kontostand zum Beispiel an einem bestimmten Datum aussehen wird. Zudem könnt ihr euch mit der App klare Ziele setzen, zum Beispiel für Lebensmittel nur noch 400 Euro im Monat ausgeben. Und dadurch, dass die App eben erkennt, welche Zahlungen im Supermarkt getätigt wurden, kann dann eben auch gecheckt werden, ob ihr dieses Budget einhaltet. Die Nutzung von Finanzguru ist prinzipiell erstmal kostenlos. Es gibt aber auch die Option, Finanzguru Plus zu abonnieren, wo ihr dann Zugriff auf noch tiefere Analysen und personalisierte Tipps zu euren Finanzen bekommt. Finanzguru Plus kann man normalerweise sieben Tage gratis testen. Mit uns bekommt ihr aber sogar drei Monate for free. Dafür müsst ihr einfach die App downloaden, mindestens ein Konto verknüpfen und dann kann man oben rechts bei Profil den Code Crewcast eingeben. K-R-E-W-K-A-S-T. Vielen Dank, Herrn Finanzguru, für die Unterstützung. Ja, aber zurück zum Apple-Thema, denn es gibt noch ein paar News, die sind nicht so groß wie beim iPhone SE, weil da konnte man sich, also man kann sich das iPhone SE jetzt schon ganz gut vorstellen, tatsächlich, also wenn es wirklich so kommt. Es gibt ja auch schon seit einer längeren Zeit schon Gerüchte, es hat sich nur in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr verdichtet, also so auf das iPhone wartet man schon ein Weilchen, aber im Herbst zumindest soll es ja wahrscheinlich auch wieder eine Keynote geben. Es ist ja auch Apple-typisch, so dass das September-Event nicht das letzte ist. Beim letzten Mal war das ja dieses Halloween-Event, weißt du? Genau, Scary Fast war die Tag. Mal gucken, ob sie das wieder machen. Es war auf jeden Fall Kacke, weil es war irgendwie mitten in der Nacht, deutsche Zeit, und dann irgendwie auch nur 30 Minuten, also es war zwar cool umgesetzt mit diesem Motto, was sie da eingebracht haben, aber ja, war schon so für die Keynote-Experience ein bisschen schau. Ich meine, es kamen ja da auch nur neue Mac-Chips, kein einziger neuer Mac, so, weil es waren halt immer die Macs, die man schon kannte, halt mit M3 dann auf einmal, so Macbook Pro hat es, gut, Display ist 100 Nitz heller geworden, herzlichen Glückwunsch, aber konntest du davor ja auch mit Vivid dann einfach selber, also es waren so Mini-Updates halt einfach, das konnte man letztes Jahr schon gut absprühstücken. Dieses Jahr könnte das Herbst-Event ein bisschen interessanter werden, weil wir halt nicht nur neue Chips sehen werden, sondern vielleicht sogar auch einen komplett neuen Mac, also neue Chips gibt es dann wahrscheinlich für die Macbook Pros und Macbook Airs in Form von M4, M4 Pro und M4 Max, so wie man es halt bisher kennt, nur iMac kriegt vielleicht einen M4, who knows, das wird sich zeigen, vielleicht wird der iMac auch wieder lieblos liegen gelassen bis zum M5 oder so, wer weiß es schon genau, aber gerade der Mac Mini könnte halt ein komplettes Redesign bekommen, das ist jetzt auch schon länger in den Gerüchten, man wartet so ein bisschen darauf, ich glaube, dieses Jahr stehen die Chancen ganz gut, dass es passiert und ich glaube, es macht auch total Sinn, weil seit dem Umstieg auf App Silicon ist der Mac Mini der einzige Mac, abgesehen vom Mac Pro vielleicht noch, der sich nicht verändert hat, optisch. Es ist genau der Mac Mini, so wie wir ihn seit dem Intel-Zeitalter kennen und wer mal so ein Apple Silicon Mac Mini aufgeschraubt hat, der hat dann vielleicht auch mal rausgefunden, oh da steckt eigentlich... Viel Luft drin. Das ist wie eine Chips-Tüte. Ist wirklich so, weil die armen Chips, die brauchen halt nicht so mega die Kühlleistung, so da könnte man eigentlich ein kompakteres Design machen, hat man bisher nicht gemacht, jetzt könnte es soweit sein und das fände ich eigentlich ganz interessant, so eine Mac Mini auf Apple TV Größe, das wäre wild. Nicht, dass es unbedingt sinnvoll irgendwas bringt, wenn dieser Computer da nochmal kleiner ist, aber es geht, es hätte keine Nachteile für die Performance oder so, diesen Computer kleiner zu machen. Man könnte im gleichen Schritt dann halt auch nochmal die Anschlüsse oder so überarbeiten, mehr USB-C rein und solche Geschichten. SD-Karte raus. Der Vollständigkeit halber. Ja, aber ich glaube, jeder Mac muss ja mal kurz irgendwann keine SD-Karte dort haben. Das gehört dazu. Ja, krass. Der iMac hat es mal, hat es verloren, hat es aktuell nicht. MacBook Pro hatte es, dann hatte es das nicht und jetzt hat es das wieder. MacBook Air hat es aber noch nie. MacBook Air, oder? Ja. Nee. Der einzige Mac, der noch nie einen SD-Karten-Slot hatte. Bei Mac Pro weiß ich gar nicht so genau, aber ja. Mal schauen, was da passiert und wie schnell diese ganzen Chips dann auch werden. Ich meine, den M4 haben wir ja bisher nur am iPad gesehen, aber ich glaube, im Mac, gerade dann mit der Pro und Max-Variante, wird es dann noch interessant, was die dann tatsächlich können. Ja, und ich finde halt auch so einen kompakteren Formfaktor nochmal zu machen, ist schon etwas, was den Sex-Appeal, ist immer ein dummes Wort, aber ihr wisst, was ich meine, die Attraktivität von einem Produkt, wenn das dann auf dem Schreibtisch steht, so ist halt schon irgendwie cooler, wenn es noch kleiner ist und das ist ja eigentlich auch etwas, wo Apple sehr viel Wert drauf legt, auch bei anderen Produkten. Deswegen, ja, macht es voll Sinn, da die Luft rauszunehmen, die Luft abzulassen aus dem Produkt und das einfach ein bisschen kompakter zu machen und ich denke, denen wird bestimmt noch das eine oder andere für dieses Gehäuse einfallen. Vielleicht ist es dann irgendwann fast nur noch wie so ein Untersetzer für deine Taster, dann kannst du dann einfach deine Taster draufstellen. Also schon ein bisschen, aber ne? Also ich denke wirklich, dass so Apple TV kommt. Und das ist halt irgendwie auch so zum Mitnehmen geil, ne? Weil klar, du brauchst halt Tastatur und alles Mögliche dazu, aber trotzdem, wenn du irgendwo hingehst, wo du diese Sachen verfügbar hast oder so, ja, keine Ahnung, du besuchst deine Eltern oder whatever und willst halt so deinen Computer für irgendwas mitnehmen und du hast halt einfach so einen kleinen Würfel, den schmeißt du dann einfach irgendwo rein, hast den dabei, steckst den da an und bam. Wenn das einfach mit USB-C Power-Input funktionieren würde. Das wäre, oh, das wäre legit ein geiles Feature und auch gar nicht schwer umzusetzen. Oder diesen Magnetanschluss, den man auch vom MacBook kennt. Den MagSafe, meinst du? Ja. Den meine ich. Ja. Nee, aber USB-C wäre stärker, weil du brauchst ja keinen Stolper, das brauchst du ja nicht für einen Mac Mini. Oder halt beides, ne? Also das ist so. Aber USB-C wäre stark, der wäre auch richtig flexibel mit und du könntest dann halt auch theoretisch einfach an den Monitor anschließen. den Mac Mini mit einem Kabel an den Monitor anschließen und that's it. Boah, das wäre sick. Oh, shit. Das wäre richtig sick. Jetzt bin ich hyped. Oh Mann, und wenn es jetzt nicht kommt, bin ich enttäuscht. So, oh Mann, nur ein kleiner Mac Mini, nicht mal USB-C. Vor allem, es ist ja wirklich problemlos machbar, ne? Ja, es ist super easy, weil es ist einfach nur ein MacBook Air ohne Tastatur, Trackpad, Display und Lautsprecher. Oh, bitte. Der hat sogar einen Lautsprecher, der Mac Mini, glaube ich. Einen ganz kleinen, ekligen. Einfach nur, damit er Geräusche machen kann. Von mir aus, aber ganz ehrlich, das wird den Workflow wirklich geil machen. Also so zum Beispiel, wenn ich jetzt bei mir überlege, so im Studio hat man halt das Setup Ready, also alles auf MacBook ausgelegt. Du könntest halt aber einfach trotzdem das Ding mitnehmen. Ja, und es ist halt auch günstiger, ne? Der Mac Mini ist ja der günstige Einstieg in das Mac-Ökosystem. Und wenn die dann auch noch Geld eigentlich beim Gehäuse und sie sparen können, vielleicht machen sie ihn dann sogar günstiger. Unwahrscheinlich. Aber das wäre doch schön. Das wäre doch schön. Ja, also da können spannende Dinge passieren. Und iPad-Dinge können eventuell auch passieren. Also dieses Jahr wahrscheinlich nicht so viel, aber das iPad Mini müsste halt ganz dringend eigentlich mal Apple Intelligence bekommen. generell einfach irgendwas bekommen. Ja, das ist auch schon vier Jahre her oder so, dass das letzte iPad Mini kam. Also ich finde, es gibt einmal die Option, dass es einfach aus einem Sortiment rausfällt. Nein. Wer kauft das denn? Loll? iPad Mini ist super beliebt. Wirklich? Ja. Also sind die Verkaufszahlen gut? Ich würde, also ich kenne die jetzt nicht auswendig auf meinem Kopf, aber ich würde... Weil die Tendenz ist ja auch bei iPads, dass sie immer größer werden, ne? Ja, schon richtig. Und ich meine, ein iPhone Mini ist ja auch... Aber du hast ja auch ein iPad Mini ist so das Tablet, was du für alles Mögliche benutzen kannst. Jetzt nicht nur irgendwie, um auf der Couch zu surfen oder so. Aber es ist halt auch scheiße teuer. Ja? Es hat halt auch keinen Mini-Preis, sondern es hat schon einen Maxi-Preis. Ja, ja. Ist schon teuer im Verhältnismäßig. Ja, also natürlich könntest du auch ein günstiger... Gut, du kannst natürlich auch das größere Billo-iPad oder so kaufen, wenn du dann irgendwie für Smart Home-Controller oder so ein iPad haben willst. Würdest du auch safe machen, weil es halt einfach viel günstiger ist. Ja, aber dann hast du so ein Riesen-Tablet immer irgendwo an der Wand hängst. Wen stört es, wenn es an der Wand hängt und ein bisschen größer ist? Stört keinen. I don't know. Also ich finde Minis more sexy dann in der Situation. Wie viel Zoll hat das Mini? Boah, das kann ich dir gar nicht. 7, 8? Ja, irgendwie sowas. Das ist ja schon fast wie ein iPhone. Ja, also... Das würde ich jetzt nicht sagen. Das Große hat 6,8 oder 6,7? Was hat das? 6,9 hat das auch sogar jetzt. Das iPhone 16 Pro Max. Ja, aber dann ist das iPad Mini noch mal größer. Warte. Mini Screen Size. Lass uns mal kurz gucken. Ja, das wird 8. Wahrscheinlich 8. Ja, 8,3 Zoll. Trotzdem, da ist nicht mehr viel dazwischen. Ich mag das iPad Mini. Meine Frau mag das iPad Mini auch. Jeder mag das. Jeder mag auch das iPhone Mini. Ja? Und es hat halt keiner gekauft. Und es wurde dann dementsprechend nicht mehr weitergeführt. Also deswegen, ich finde es nicht unabwegig, dass das noch rausfliegt. Also ich habe dieses Jahr beim iPad Event, wo das dünne iPad Pro das neue vorgestellt wurde, das war Frühling dieses Jahr, hatte ich John Ternes noch darauf angesprochen im Interview auf das iPad Mini. Und da hat er gesagt, ja, wir lieben das iPad Mini, das ist nicht vergessen worden, aber alles zu seiner Zeit. Ich denke, sowas hätte er nicht gesagt, oder vom Wortlaut, ob das jetzt genau das Zitat war, aber er hat auf jeden Fall nicht gesagt so, ja, who cares about the iPad Mini, sondern es war schon eher so, ja, zu gegebener Zeit. Halt mal die beiden Stellen, da kommt was. Und ich glaube, ich kann mir das gut vorstellen, dass sie dann da auch einfach, weißt du, mittlerweile ist ja auch jedes iPad irgendwie auf dem M-Chip, packst du halt da ein A18 auch rein. Weißt du, wie ins iPhone SE, Batschbum, 60 Hertz LCD-Screen. Der Rest kann es eigentlich, eigentlich kannst du das iPad Mini so lassen, wie es ist, A18 rein, reicht schon. Hä, als ob die da einen A-Prozessor reinmachen. Da ist doch jetzt ein A-Prozessor drin. Im iPad Mini. Klar, deswegen hat es ja kein Apple Intelligence. Ja, ja, genau. Aber wenn sie das jetzt neu machen, kommt doch dann ein M-Prozessor rein. Warum? Ja, einfach, weil das generell, um das Line-Up einheitlicher zu machen. Nö, glaube ich nicht. Es war die letzten Jahre ja immer so, dass iPads mit M und iPads mit A-Chip gekommen sind. Meinst du nicht, dass das… Weil solche, je nach Position im Line-Up, ich finde der A18 passt fürs iPad Mini prima. Also wie gesagt, der ist ja auf dem Leistungsniveau vom M1 ungefähr, also why not. Ja, okay, kann natürlich sagen. Kleiner, effizienter als ein M2 dann nochmal. Ja, der Formfaktor könnte tatsächlich dafür sprechen. Weil es ist ja quasi nur ein iPhone, wie ich schon sagte. Nur ohne OLED und mit 60 Hertz. Also zum Beispiel bei Samsung ist es jetzt ja so, dass sie das, ähm, dass sie das kleinste I-Ipad. Tablet. Aber iPad ist auch schon richtig, ist so ein richtiger, wie Tempotaschentuch oder Tesafilm. Also iPad hat sich wirklich durchgesetzt. Ja, dass sie das kleinste, äh, Galaxy Tab S10 quasi rausgeworfen haben. Ja, okay, krass. Also es gab immer, es gibt jetzt quasi bei, bei, ähm, ach Digga, wie komme ich, bin ich gerade komplett durcheinander? Ich wollte es gerade sagen bei Google. Bei Samsung gibt es jetzt das Galaxy Tab S10 Plus und das Tab S10 Ultra, aber es gibt kein Tab S10 mehr. Und, also die schmeißen schon ihr 10 Zoll Modell raus, weil es scheinbar keiner kauft. 10 Zoll? Ja, das Tab S10 wäre ja 10 Zoll. Aber ist es, ist die Zahl dahinter nicht die Generation? Ist nicht das S10? Ja, ist die Generation, aber jetzt in diesem Fall... Aber es hat zufällig genau dieselbe Displaygröße, wie die Generation, in der es gerade ist? Ja. Das ist ja praktisch. Just imagine, es würde so, jedes Jahr würden die Geräte so größer werden. S24 hat einfach 24 Zoll Display. Und jedes Jahr wird es schlimmer, als S25, 25 Zoll oder so, irgendwer so einen fetten Klopper, den du dir ans Ohr halten kannst. Ja, siehst du, es gibt nur noch das Tab, ach komm, diese ganze Cookie-Scheiße. Ja, ich glaub dir das ruhig. Tab S10 Plus und Tab S10 Ultra. Ah, und die haben beide ein 10 Zoll Display, oder ist das so? Nein, 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 nein. Das, das fängt noch, es ist, das ist ja das Kranke, die haben jetzt nicht mal mehr 10 Zoll, es ist noch größer. Aber wo steht denn das Display jetzt, wie viel Zoll haben die denn? Och Bruder. Das war hier. Hier, 12,4 ist das Kleinste. Und 14,6. Das ist ja schön für Samsung. Ja, und Apple hat noch ein 8,3 Zoll Mini-Display im Angebot, ne? Das ist natürlich schon, deswegen dachte ich, so wenn Samsung sogar das Gerät rausschmeißt. Dann muss Apple das natürlich genauso auch machen. Ja, jetzt, es kann ja nicht sein, dass Apple ein breiteres Portfolio hat als Samsung in irgendwas. Also bei iPad sind wir da schon, also iPad-Portfolio ist seit mindestens vier Jahren komplett fragmentiert. Also da gibt es ja so viele crazy Modelle und Kombinationsmöglichkeiten. Wenn man dann noch ältere Geräte mit aufnimmt in den Vergleich, gibt es ja auch ganz oft so die Situation, jetzt zum Beispiel ein iPad 10 zu kaufen. Jetzt wurde es im Preis gesenkt, jetzt ist es wieder was anderes. Aber als das vorgestellt wurde, hat es eigentlich mehr Sinn gemacht, ein älteres iPad Air zu kaufen und so. Also das ist so, Tablets gibt es mittlerweile, ich meine, wir haben zwei iPad Pros, zwei iPad Airs, das iPad Mini, das iPad 10. Da haben wir jetzt schon sechs iPads im Sortiment. Ja, okay, und Samsung hat noch die Tab A-Serie, ne? Okay, und wie? Ja, okay, dann gucken wir mal Tab A. Da wird es wahrscheinlich noch kleinere Modelle geben. Das weiß ich nicht. Tab A9. Das hat A9 schon. Nein, das wird auch 10 sogar haben. Aber A9 Plus ist das jetzt sehr gerade. A9 Plus. Ja, Plus ist natürlich das Größere, würde ich jetzt mal schätzen. Ah, ich komme jetzt, das ist mir alles hier da. Gibt es hier nicht technische Spezifikationen? Ja, doch, da, du bist noch gerade dran vorbei. Ja, vergleichen klingt auch gut. Spezifikation war das Erste. Vergleichen klingt auch gut. Vergleichen klingt super, ja? Lass mal alles fallen. Großer Bildschirm, ja, sag doch, wie groß. Das ist ja schon Apple-Type-Marketing, was sie hier betreiben. Oh, meine Güte. Egal, ich habe keinen Bock mehr. Sorry, Samsung. Aber die Seite hat mich nicht abgeholt. Das war zu unübersichtlich jetzt gerade hier. Nee, ich glaube an ein neues iPad Mini. Ich würde mich sogar freuen, wenn die einen Premium-iPad Mini machen. Das wäre eigentlich geil. Einfach mit ProMotion OLED-Screen. Scheiß drauf. Das wäre mal richtig stark. Weil es ist so für so Mobile Games und so machen. So richtig Bock auf dem iPad Mini. Das ist richtig geil. Weil meine Frau nutzt iPad Mini auch super gern in der Werkstatt zum Videos gucken. Weil es perfekt noch auf den Schreibtisch in die Ecke passt. Ohne dann gleich überdimensioniert da alles überzunehmen. Es hat geile Lautsprecher, das Gerät und so. Also das hat schon durchaus seine Fans. Und vielleicht haben sie es jetzt seit so vielen Jahren nicht geupdatet. Eben weil es dann vielleicht doch nicht so viele Leute kaufen wie ein iPad Air und bla. Aber muss es dann aus dem Sortiment geworfen werden? Vielleicht nicht. Vielleicht ist es einfach der A18 Apple Intelligence ein Gutes. Ja, vielleicht. Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal. Oh, und eine Sache, die mir auch noch einfällt. Können wir auch kurz drüber quatschen. MacBook Pros. M4. Pro und M4 Max. So, wenn wir den Schritt gehen. Gehen wir auch dann den Tandem-OLED-Display-Schritt? Oder den erst zugegebener Zeit? Weil das iPad Pro hat ja jetzt einen unglaublich sicken Bildschirm bekommen Anfang des Jahres. Ja, Tandem-OLED ist super hell, super dünn. Ja, absurde Kontraste. So tausend Nits im normalen Betrieb. Die aktuellen MacBook Pros sind jetzt glaube ich bei 600. Also es wäre nochmal ein ordentlicher Boost in Helligkeit. Und gleichzeitig auch irgendwie saueffizient. So, keine Burn-In-Probleme durch dieses Double-Layer-Prinzip, dass du quasi zwei OLED-Panels übereinander hast. Ja, und ich fände es einfach geil, irgendwie mal endlich auch kein Blooming mehr beim MacBook zu haben. Weil da haben wir ja jetzt aktuell noch Mini-LED. Ja, immer wenn scharfe Kontrastkanten kommen, kannst du sowas sehen. Das nervt beim Arbeiten auch manchmal so ein bisschen, wenn du irgendwie, es ist so, eigentlich der Schritt, auf den ich noch beim MacBook warte. Ich habe ja jetzt selber zum Beispiel auch noch ein M1. Ja, das ist auf jeden Fall der Schritt, wo du schwach wirst. Nein, das ist eher so, also schwach bin ich schon. Also, ja. Ich bin schon, ich bin eigentlich schon. Das ist der Todesstoß, wo du sagst, komm, M1 MacBook Pro weg. Ich würde sogar eher so weit gehen, dass ich sagen würde, ein M4 MacBook Pro will ich eigentlich schon haben. Aber wenn es kein Tandem-OLED hat, kann ich es eigentlich nicht kaufen. Weil es muss ja im Umkehrschluss bedeuten, dass das M5 MacBook Pro dann Tandem-OLED bekommt. Und ich kaufe keine MacBooks auf jährlicher Basis. Meine MacBooks sind eh auch immer absurd ausgestattet. Ich nehme immer die größte SSD, die es gibt, einfach weil Videodaten sich sammeln, die bekloppt aus meinem Gerät. Einfach, weil das Leben kurz ist? Nein, weil ich das sinnvoll einsetzen kann. Mein MacBook ist, wenn das Leben kurz wäre, würde ich jedes Jahr ein neues MacBook kaufen. Weil, wer weiß, ob ich das nächste MacBook noch miterlebe. Nein, es ist einfach so das Ding so, ich sage dann immer einmal, okay, maximieren, viel RAM rein, bla. Und dann kann ich das Gerät auch ein Weilchen benutzen. Weil ich sage mal so, mein M1 Max MacBook, ich bin ja noch happy mit dem. Es gibt schon so die Punkte, wo ich sage, ach, ein bisschen mehr Leistung würde wirklich nicht schaden, würde ich schon mitnehmen. Aber es gibt jetzt nichts, wo ich sage, okay, ich hätte jetzt ein M3 Max MacBook Pro unbedingt kaufen müssen. Und wenn der M4 Max jetzt nochmal deutlich schneller wird, aber nicht das Tandem-OLED drin ist, dann wäre ich ja schön blöd, wenn ich dann für einen M4 Max MacBook Pro mit voller Ausstattung, 8 Terabyte SSD, blablabla, mich komplett ausziehe, Apple mein ganzes Geld überweist und ein Jahr später, ach, und jetzt auch mit Tandem-OLED. Aber andererseits ist es halt auch ein gefährliches Spiel, wenn ich dann auf den M4 verzichte. Und dann kommt der M5 auch ohne Tandem-OLED. Dann bist du in so einer richtigen Schleife gesammelt. Aber dann habe ich vielleicht auch irgendwann einfach den Gigasprung vom M1 Max auf den M7 Max. Wer weiß, ne? Ja, ich weiß, ich weiß nicht, aber ich verstehe schon, was du meinst. Du erwartest das und wenn es nicht kommt, bist du dann schon fast ein bisschen mad. Ja, weil du kannst es halt, das Ding ist, irgendwann wird es passieren. Apple wird nicht für immer auf OLED in ihren Premium-Laptops verzichten. Weil das ist ja auch so eine Sache, so OLED-Laptops ist mittlerweile auch im High-End-Bereich normal. So, Burn-In wurde überwählt, äh, wurde besiegt, so. Das ist kein Problem mehr, gerade mit Tandem-OLED. Wurde gelöscht. Ja, das gibt es einfach. Ist einfach, wurde im Papierkopf verschoben und dann entleert. Aber, aber weißt du, was ich meine? So gerade mit Tandem-OLED, so, es ist jetzt da. Und wir haben es ja beim iPad Pro in der Vergangenheit auch gesehen. Das iPad Pro war das erste iPad, das Mini-LED bekommen hat mit geileren Kontrasten, geileren Schwarzwerten. Und dann hat es, glaube ich, zwei Jahre gedauert und dann hatte es das neue MacBook Pro auch. Die Frage ist, jetzt dauert es wieder zwei Jahre. Ja, weil das ist dann, ein Jahr wäre eigentlich fast schon so, wenn es jetzt dieses Jahr schon kommen würde, wäre fast schon zu schnell. Und die Gerüchtelage sagt auch eher so, äh, dauert noch. Aber wenn du halt nie genau weißt, wann es kommt, ist jedes Jahr aufs Neue dieses, nein, ich kann kein MacBook kaufen. Es ist vielleicht auch gut. Ja, vielleicht. Weil, also ich habe auch schon jetzt schon ein paar Mal drüber nachgedacht, aber eigentlich komme ich gut zurecht, muss ich mir da noch ehrlich gestehen. Ja, zurecht kommt man schon, aber es ist so trotzdem manchmal, so ein bisschen mehr Leistung wäre nicht schlecht. Aber das Problem ist ja auch gerade für das, was wir machen, da ist ja auch die Geschwindigkeit von diesen Media Engines sehr entscheidend für den Export und so. Und da hat sich ja zum Beispiel seit dem M1 nichts getan. Also so ein M3 Max ist da nicht schneller im Exportieren als ein M1 Max. Also nicht signifikant schneller. Und das ist dann halt auch so der Punkt so, ja okay, ich würde halt mehr CPU und GPU Power bekommen, wenn ich jetzt auf ein M3 Max steige. Was sicherlich beim Arbeiten in der Timeline und so für Final Cut ganz nett ist. Aber so diese Momente, wo du die Performance wirklich brauchst und spürst, ist so, scheiße, NDA ist gefallen, mein Video ist jetzt noch im Export oder so. Du lädst ein Video hoch, entdeckst einen Fehler und musst nochmal ganz schnell neu exportieren mit korrigierten Fehler. Und wenn du dann nochmal da sitzen musst und warten musst, bis das fertig ist, wenn du mal so einen Sprung machen würdest, Export auf einmal doppelt so schnell. Das wäre doch, das, da, boah, würde ich, da wäre ich spitz dann. Da würde ja das Sparschwein aber, da würde ja das Sparschwein aber kloppen. Ja, und wenn dieser Sprung jetzt mit dem M4 kommt und dann aber kein Tandem OLED, das wäre dann so, naja. Egal, das ist Luxury Problems auf jeden Fall an der Stelle. Aber das ist etwas, was wir auch noch dieses Jahr erwarten können, ne, das neue MacBook. Das kommt auf jeden Fall im Herbst. Also, es macht ja keinen Sinn. Wir haben ja schon mehr Herbst. Ja, also es macht keinen Sinn, das noch auf dem M3 zu lassen. Warum denn? Ja. Ja, wenn wir jetzt, wenn alle anderen Geräte M4 bekommen. Ja, es ist halt nur die Frage, ob das halt wirklich einfach nur wieder so ein Update wird von, jo, neuer Prozessor ist drin, YOLO. Na. Oder ob da halt wirklich dann noch ein bisschen mehr kommt. Ja, aber, ne. Also letztes Jahr war es ja eigentlich genauso. Ja, aber was sollen sie halt sonst noch machen, ne? Also, ich will nur, ja, ich will nur noch das Display. Wenn das noch, dann ist wirklich dieses MacBook zeitlos. Dann geht's. Und noch Apple-Modem rein. Ja. Real Talk, das ist auch so ein Hassthema bei mir. Weil ich würde, so ein MacBook mit Modem wäre es komplett. Ich hasse Hotspots. So. Klar, es funktioniert irgendwo. So. Aber es ist nie die stabilste Internetverbindung. Und man ist dann irgendwie doch häufig genug in Situationen, wo das WLAN mal rumsparkt. Irgendwas nicht funktioniert. Man unterwegs ist oder sonst was. Ist ja auch mit E-SIM oder so. Wäre ja gar keinen Stress. Es wäre zero Stress. Holst du dir noch eine zweite E-SIM für deinen MacBook. Bam. Fertig. Das wäre schon sick, ja. Das wäre schon. Und dann kommt es mit Modem. Und ohne Tandem-OLED. Und ich sage, nein. Dann kaufst du trotzdem. Ja, aber man darf ja auch nie vergessen, die Sachen, die jetzt reinkommen und verbessert werden, sind ja in den kommenden Generationen auch noch mit am Start. Das finde ich auch beim iPhone irgendwie in der Diskussion immer so witzig, wenn Leute dann irgendwie so sagen, die Sachen, die jetzt dieses Jahr gekommen sind, reichen mir gar nicht, um jetzt zu upgraden. Ja, aber selbst wenn es nur Kleinigkeiten für dich sind, die verbessert wurden, darf du halt nie vergessen, dass diese Kleinigkeiten in den nächsten Jahren ewig weiter mitgetragen werden. Also es ist ja nicht so, als ob die dann irgendwie... Ja gut, aber das ist ja bei jedem Hersteller so. Ja, aber das ist trotzdem so eine Sache so, ey, wenn dann das kommt jetzt dieses Jahr und es ist aber trotzdem noch nicht dein Upgrade, muss vielleicht nicht Mad sein, sondern vielleicht einfach nur ein Haken dran machen und sagen, ja, dann nächstes, übernächstes Jahr kriege ich das ja auch dann mit. Ja, aber ich glaube, dieses Jahr war eher, dass man einfach enttäuscht war von Apple. Ja, also vor allem, ich glaube wirklich zu 80% wegen Apple Intelligence. Ich muss aber auch sagen, alles, was nicht Apple Intelligence ist, beim iPhone 16, ist für mich ein richtiger Grower. Also ich habe so das Gefühl, nachdem jetzt diese erste Empörungswelle so beim iPhone 16 verflogen ist, werden so regelmäßig immer mehr und mehr Dinge gefunden bei den Geräten, wo man irgendwie das Gefühl hat, ja man, das ist irgendwie eigentlich, eigentlich ist das ganz nice. Ja, zum Beispiel die Performance-Tests, die ich mit dem iPhone 16 gemacht habe. Der A18 schiebt mehr, als Apple selbst sagt. Also Apple hat ja irgendwie gesagt, so 30% mehr Sustained Performance. Ich habe da teilweise in manchen Tests mehr als doppelte Performance im Vergleich zum iPhone 15 rausgekriegt, wenn die Geräte erstmal heiß gelaufen sind und du zum Beispiel auch sowas wie Raytracing benutzt. So, das ist schon absurd, was da geht. Oder auch diese neuen Innereien mit dieser Batterie. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. So, wenn du das iPhone 16 aufschraubst, dann sind die Batterien nicht mehr reingeklebt und du musst dann so einen Pull-Tab ziehen oder so, um die da rauszukriegen, sondern du kannst jetzt quasi wie bei so einer Autobatterie, wenn du jetzt so einen Auto-Jump starten würdest, da halt mit Strom rangehen und dann löst sich die Batterie von alleine und fällt aus dem Gerät heraus. Das ist halt sehr viel cleaner als bisherige Prozesse mit Kleber und vor allem viel sicherer, weil wenn du so ein Kleberding hast, so einen Klebestreifen, da sollst du ja eigentlich dran ziehen und wenn du dann vorsichtig dran ziehst, dann löst er sich unter dem Akku und dann kannst du ihn herausnehmen, aber der reißt ja auch manchmal und dann musst du irgendwie den Akku da rausgehebelt bekommen, was natürlich Druck auf den Akku erhöht und so und wenn du den Akku dann knickst oder da ein bisschen Kraft drauf auswirkst, dann läuft ja Gefahr, dass er irgendwie anfängt Feuer zu fangen oder kaputt zu gehen oder whatever und mit diesem neuen Prozess passiert das einfach nicht mehr. Es ist einfach jetzt idiotensicher so gesehen, den Akku zu tauschen. Du kannst ja auch die Rückseite jetzt aufmachen, es ist so, das iPhone mit dem besten iFixit Repairability Score aller Zeiten, was absurd ist, wir sehen es bei 7 von 10, bei einem Apple-iPhone. Ja, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ja, und es sind solche Sachen, da denke ich mir, ja nice, oder diese Batterie, das ist auch interessant, dass sie das irgendwie so ein bisschen fragmentiert machen. So diese Akkus, die du mit Strom rauslösen kannst, hat das 16 und 16 Plus. Das 16 Pro hat einen in Metall eingebauten Akku, ja, der nochmal besser geschützt sein soll und so auch dann gegen Verbiegungen und sowas. Und dann hast du halt das Pro Max, das hat nichts davon. Da ist der Akku nicht in Metall eingepackt und typisch wie immer festverklebt. Also keine Ahnung, was da schiefgegangen ist, aber das, glaube ich, experimentieren sie diese Generation mal ein bisschen rum und vielleicht haben wir dann beim iPhone 17 bei jedem iPhone ein in Metall eingepacktes Akku-Pack, das man elektrisch lösen kann, das wäre sick. Ja, das macht auf jeden Fall das Reparieren deutlich leichter. Und es soll ja auch für die Wärmeleitfähigkeit dann besser sein, ne? Also das meintest du ja auch, dass dir das aufgefallen ist. Extrem. Also ich finde so diese Wärmeleitplatten in den iPhones wurden ja viel beworben für Gaming-Performance und so, höhere Sustain-Performance, blablabla. Ich finde im Alltag merkt man mit den Geräten schon, dass es auch einfach generell dabei hilft, dass sie unter normaler Benutzung nicht so warm werden. Ja, man hat ja auch vor allem, wenn man Wireless-Charging genutzt hat, immer bei iPhones das Problem, dass sie richtig geglüht haben. Ist das jetzt besser? Ich habe es noch nicht ausprobiert tatsächlich, aber dadurch, dass sie ja auch das schnellere Wireless-Charging haben, vielleicht... Aber allein im Tesla musst du es doch eigentlich ausprobiert haben. Ich bin noch nicht auf dem 16 als Daily Driver, deswegen hatte ich es noch nicht im Tesla. Ich habe die immer nur hier im Studio genutzt bisher. Aber ja, das wäre eigentlich mal interessant. Aber das hat ja auch was damit zu tun, ob die Spule korrekt mittig draufliegt. Und das ist halt bei Tesla ist halt so, die Geräte rutschen immer nach unten, weil es halt ein geneigtes Wireless-Charging-Pad ist. Und je nachdem, wie groß dein Gerät ist, ist dann halt die Spule mehr oder weniger am richtigen Ort. Da wäre es eigentlich mal geil, MagSafe im Tesla zu bekommen. Weil Leo ja neulich ein cooles Video gemacht hat, wie er sich so ein Ding gebaut hat. Das war richtig nice. Aber ja, das von Tesla sehe ich nicht kommen. Ja, warum nicht? Weil MagSafe wird ja Standard, also ist ja auch Teil dieser Magnetring, ist ja auch Teil des G2-Standards. Das wird über Apple hinaus ja in allen Smartphones normal werden, dass sie diesen Magnetring haben. Also ist es eigentlich... Sorry, ist es gerade eine komplette Gräte thematisch? Red noch deinen Satz zu Ende, ich muss gleich noch was anderes anziehen. Ja, ich war eigentlich schon fertig. Also es ist nicht undenkbar, dass Tesla das irgendwann einbaut, wenn es ein industrieweiter Standard ist, so Julian. Weil wir bei Qi Wireless Laden waren. Mir fällt gerade eine Sache ein, haben wir noch nicht drüber gesprochen im Crewcast. Ich war nämlich auf der IFA bei der Qi Wireless... Ich weiß nicht mehr, wie die... Wireless Konsortium... Die Firma, die Organisation hinter dem Qi-Standard, ja? Ja. So. Und die bringen jetzt den Qi-Standard raus für Küchen. Ah, das... Hast du das gesehen? Das habe ich gesehen. Ich habe das auch in echt gesehen. Ich fand das auch richtig spannend. Das fand ich auch so geil. Also ihr kennt ja einfach die Induktionsplatten, die man in der Küche halt nutzt. Und die nutzen jetzt quasi die Erfahrungen, die sie mit Wireless Laden beim Smartphone gemacht haben und bringen das in einem größeren Scale quasi raus für Küchen, für alle möglichen Elektrogeräte, die du halt so in der Küche nutzt. Also so Wasserkocher, keine Ahnung. Alles, was irgendwie Strom braucht, Toaster, keine Ahnung. Kannst du dann zukünftig auf deine Induktionsplatte stellen und dann zeigt dir das so mit LEDs an, ob das richtig steht. Und sobald das dann halt grün leuchtet, wird halt einfach der Strom, ohne halt, dass du irgendein Kabel brauchst bei deinem Wasserkocher zum Beispiel, über die Platte halt gezogen. Und du kannst dann darüber halt dein Produkt nutzen, aber auch weiterhin einfach eine Pfanne draufstellen. So, das fand ich halt komplett crazy. Also mich als Geek holt das komplett ab. Du kannst ja auch in eine Tischplatte reinbauen und so, ne? Ja. Also es geht überall. Klar, aber es bietet sich natürlich mega für Küchengeräte an. Ähm, aber es würde... Nein, ich meine in eine Küchentischplatte, also Tisch... Ja, ja, genau. Also du hast dann nicht nur auf dem Kochfeld, sondern egal wo, natürlich auf den dafür vorgesehenen Feldern. So, du musst es dann auch an die richtige Stelle stellen. Ja. Das ist so ein bisschen vielleicht noch der kleine Nachteil. Aber ich muss auch sagen, wir haben so viele Küchengeräte zu Hause. Und ich habe schon so an der Steckdose, die wir in der Küche haben, habe ich schon so einen Würfel, weißt du? Ja. Mit diesen, wo du aus einer Steckdose dann so fünf Steckdosen machen kannst. So, und es ist alles verkabelt und kreuz und quer. Und selbst dann ist es noch manchmal so, ah, jetzt holst du doch noch das Gerät raus, dann musst du wieder ein anderes rausstecken und bla und bla. Also das ist es einfach nicht. So eine sleeke Wireless-Lösung, hätte ich eigentlich schon auch Bock drauf. Aber das ist halt so ein ganzes Ökosystem wieder, ne? Da musst du dann komplett neue Geräte für alles kaufen. Ich wette auch, dass die meisten Geräte, die damit auf den Markt kommen werden, jetzt eher mal nicht die günstigsten sein werden, sage ich mal. Also wenn du einfach nur, keine Ahnung, irgendeinen Mixer für irgendwas brauchst und dann auf einmal dann guckst du, ah, was ist ein guter, günstiger Mixer mit Top-Bewertung, bla, weil du den nur hin und wieder benutzen willst. Da hast du dann auf einmal doch wieder die Kabel im Haus. Also da muss man schon konsequent durchziehen für sowas. Aber wenn man konsequent durchzieht, ist es natürlich sexy AF, einfach Küche ohne Kabel. Ja, mega. Und ich glaube auch, dass es auch locker solche Felder gibt, die du dir nachträglich kaufen kannst, wo du dann halt einmal eine Steckdose brauchst und dann alles draufstellen kannst. Aber man kann es auch in so Holzplatten einlassen. Das haben die auch gezeigt an dem Stand. Also es muss nicht nur im Induktionsfeld sein, aber da bietet es sich natürlich auch voll an. Gibt es irgendein System, das dir dabei hilft, die Spule perfekt zu treffen? Ja, ja. Also wie leitet es sich? Ist es dann einfach nur, entweder grünes Licht hat perfekt funktioniert oder rotes Licht ist noch nicht ganz richtig? Oder leitet dich das irgendwie auch an die richtige Position? Also es leuchtet grün, sobald es gut positioniert ist. Okay. Aber gut ist halt so perfekt bis fast perfekt. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo es dann halt in den roten Bereich flippt. Ja, ich glaube schon, dass es so war. Also ich meine, dass es grün geleuchtet hat und wenn du es dann weggezogen hast, hat es noch ganz kurz grün geleuchtet und dann nicht mehr. Aber die meinten halt, dass 5% Energie verloren geht. Oh, das ist echt wenig. Das ist wenig. Das ist viel weniger, also ich hätte jetzt 20% oder so mindestens gerechnet. Also ich fand es cool, aber klar, das wird was sehr langfristiges sein. Das ist jetzt nichts, wo man sich jetzt auf einmal dann alles neu kauft. Aber es ist ein neuer Standard ja eben. Und das ist ja das Schöne daran dann irgendwie. Und es ist halt auch dann herstellerübergreifend. Also es ist jetzt nichts, was dann nur in Bosch-Geräte kommt oder sonst was. Also das kann jeder mitmachen, wie halt auch bei Smartphones. Ja. Und ich finde es halt clever, dass es jetzt Key-Standard heißt für Kitchen. Key und Schi. Ah. Also das Key und Schi. Ah. Das fand ich auch funny. Das ist geil eigentlich. Es ist so ein bisschen cringe, aber eigentlich ist es geil. Auch so, guck mal, solche Sachen wie so ein Mixer oder so eine, keine Ahnung, diese ganzen Ninja-Geräte, die jetzt irgendwie im Hype sind. Du hast ja so, keine Ahnung, ein Thermomix. Oder überleg dir mal, du hättest all diese Geräte, die irgendwie im Schrank stehen, einfach ohne Kabel auf die Platte. Let's go. Das ist schon cool. Ja. Mac Mini einfach draufstellen. Nicht mal mehr USB-C und dann Wireless mit dem iPad als Monitor verbinden. Aber du kannst kein Smartphone drauflegen, so viel kann ich schon mal sagen. Ja. Aber das wäre eigentlich auch noch witzig. Das wäre auch noch witzig, aber ja. Es gibt dann so Cases für Smartphones, die hinten so eine, da hast du so eine riesige Spule. Ja, dann Tablet halt, ne? Ja. iPad mit Key-Charging. Mit Key und Chi. Perfekt. Sorry, bin ich gerade drauf gekommen. Nein, ich finde das auch ein Geil. Warum haben wir dann, haben wir nach der IFA keinen Podcast gemacht? Ich glaube, da war dann ja direkt Apple. Stimmt. Ah ja. Und dann haben wir, glaube ich, in der Episode danach nochmal über die IFA gesprochen, dann war es schon wieder so weit weg, dass es man schon wieder vergessen hat. Ja, dass man das dann im Endeffekt übersehen hat. Naja. Aber hätte ich auch nicht gedacht, dass das auch mein IFA-Highlight ist irgendwie. Aber ich fand es voll geil. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass manche es richtig useless finden, weil die sich so denken, ich habe da eh fünf Steckdosen, juckt mich doch nicht. Ja, und wenn du im Endeffekt dadurch Geld sparen kannst, ist ja immer, es muss halt wirtschaftlich sein irgendwo. Aber gut, wie viele Technologien fängt es vielleicht auch einfach im Premium-Segment an, sodass die Leute, die sich halt so da eh schon fett Cash für eine geile Küche ausgeben, dass die Leute da jetzt erstmal auf den Zug aufspringen und vielleicht, wenn sich Minibar irgendwann eine Küche baut, dann, spätestens dann, als ob ich da jetzt keinen Key überall nehme, wäre affig, wenn nicht. Vielleicht, ja. Werden wir sehen, aber vielleicht verliert es sich ja auch komplett. Ich glaube, der Küchen-Upgrade-Cycle ist auch relativ langsam. Ja, safe. Wenn du siehst, wie viele es von diesen uraltdeutschen Küchen noch gibt in verschiedensten Häusern und Wohnungen, diese braunen Küchen, die sieht man ja auch, wie alt sind die? 20, 30 Jahre? Aber ey, wenn es funktioniert, so why not? Das ist ja auch echt so. Du musst ja jetzt nicht unbedingt die neuen, niegelnagelneuen, smarten Backofen einbauen. Vor allem ist ja auch eine Küche. Das ist ein Backofen, muss heiß werden, Dinge backen, das passt doch, wenn das funktioniert. Und es ist auch ein bisschen mehr Pain, so eine Küche neu zu machen, als generell Einrichtungen zu tauschen. Und teuer einfach auch. Ja. Das ist halt so ein bisschen auch das Ding. Ich möchte noch ein paar Worte über Echoes of Wisdom verlieren. Klar, seid ihr gegönnt. Ja, ich muss auch so ein bisschen nachliefern, nachdem ich ja letzte Episode enttäuschenderweise einfach noch kein Zelda gespielt hatte. Jetzt hatte ich mittlerweile die Zeit. Leider bin ich auch noch nicht so weit in dem Game, wie ich gerne wäre. Ich würde sagen, gefühlt habe ich es jetzt 35 Prozent durchgespielt. Das ist eine sehr exakte Schätzung. Ja, diese Schätzung basiert darauf, es gibt so vier große Völker in Hyrule und ich habe jetzt schon zwei besucht und deren Probleme gelöst. Im Normalfall ist es bei Zelda-Games immer so, ja, es gibt so vier Ecken in der Karte, wo du dann halt irgendwie so die großen Dinge angehen musst und am Ende gibt es nochmal so eine Endgame-Type-Situation, so wenn du da alles gefixt hast, dann gibt es noch die großen. Deswegen gesagt, zwei von fünf haben wir jetzt da vielleicht durch und dann noch ganz viele Side-Quests und Sachen, die man machen kann. Und ich muss sagen, ich bin tatsächlich sehr überzeugt von dem Spiel und überraschenderweise. Welche Überraschung? Aber vor allem, ich bin aber auch negativ überrascht von dem Spiel an anderer Stelle. Vielleicht erstmal, um mit dem Negativen reinzusteigen. Dieses Spiel läuft nicht immer flüssig auf der Switch. Also es gibt häufig Situationen, wo die Framerate einbricht und das nervt. Das ist wirklich schade. Vor allem, weil es ja jetzt auch grafisch nicht so ultraaufwendig aussieht. Also wenn du dir mal anguckst, so wie Tears of the Kingdom zum Beispiel auf eine Switch läuft, da denkst du so, oh, Zelda-Team mächtig, Zelda-Team kann alles, Zelda-Team kriegt das hin. Ja, und Links Awakening hieß das Spiel, was dieselbe Engine hatte, also auch dieses 2D-Top-Down im Süß gemacht. Das lief ja auch top auf der Switch. Dann denkst du, ach, selbe Engine, neues Spiel, da wird es ja wohl keine Performance-Probleme geben. Aber, ne, haben sie dann doch zu viele neue Ideen und Sachen noch mit reingeschmissen in das Spiel, dass es dann doch hin und wieder wirklich mies einbricht. Also gerade irgendwie in Hyrule Castle hast du schon häufiger dann auch manchmal so ganz kurz 20 FPS oder so für einen Moment und das ist dann halt Aua. Also das ist sehr schade. Da hätte ich mir dann irgendwie gewünscht, dass es vielleicht irgendwie dynamisch die Auflösung runterskaliert oder irgendwas dafür macht, dass es dich halt nicht so rausreißt. Wenn du da gerade so fröhlich am Langlaufen bist und auf einmal ruckelt es halt so im Moment, ist es halt so, oh man, Switch 2 kann eigentlich nicht schnell genug kommen an der Stelle. Also das war wirklich enttäuschend irgendwo. Da hätte ich gedacht, das kriegen die hin. Genau am Limit der Hardware zu arbeiten und nicht drüber zu gehen. Aber allermeistens läuft es dann doch okay. Also es sind halt immer wieder die Momente, die so kommen, aber die meiste Zeit spielt man einfach und achtet dann gar nicht mehr drauf. Und es gibt sehr, 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 sehr viele Orte auf der Map, wo du auch einfach gar keine Performance-Probleme hast. Aber man ist auch bereit, drüber hinwegzuschauen, weil das Spiel an sich einfach mega viel Spaß macht. Du spielst ja zum ersten Mal als Zelda, nicht als Link. Du hast ganz andere Fähigkeiten, kannst Objekte aus dem Nichts erschaffen, die du gelernt hast in der Umgebung. Und ich dachte erst von den ganzen Trailern und so, die ich mir angeschaut habe, dass der größte Crew daran die Art und Weise ist, wie du dich über die Map bewegst. Weil du halt irgendwelche Brücken bauen kannst oder irgendwie Türme, auf die du raufkletterst, um irgendwo hochzukommen und blablabla. Aber womit ich nicht gerechnet hätte, ist, dass das Kampfsystem damit so stark funktioniert. Ich meine, es war ja klar, dass du, wenn du einen Gegner besiegst, den erlernen kannst, um ihn dann in Zukunft aus dem Nichts zu erschaffen, um für dich andere Gegner anzugreifen. Aber ich hätte A nicht mit dieser unglaublichen Vielzahl von Gegnern gerechnet, die eindeutig dort entgegenkommen, was es so ein bisschen zu so einem Pokémon-Feeling fast schon macht. Das wollte ich auch gerne sagen. Das ist so, du fängst an, Viecher zu besiegen, die alle sehr unterschiedliche Eigenschaften haben, auf unterschiedliche Art und Weise angehalten. Also Feuer, Monster gegen den Wasser. Feuer, Wasser, es gibt Flugviecher, es gibt Fische und sowas. Ich habe zum Beispiel einen Hai erlernt, den ich dann bei einem Schiffswrack gefunden habe, wo man eigentlich gar nicht hin musste. Das war nur meine Neugier irgendwie. Das hat auch dieses Open-World-Zelda-Feeling, obwohl es ein Top-Down-Zelda ist, dass du dich dann trotzdem manchmal so ein bisschen auf der Map verläufst und mal so ein bisschen ach, mal gucken, was da noch ist, mal gucken, was da noch ist. Das ist auf einmal dieses Schiffswrack und dieser Hai, der da rumschwimmt und es triggert direkt in deinem Kopf so, damn, ein Hai. Ich brauche einen Hai. Ich will einen Hai. Und dann gehst du da hin und versuchst halt mit den Wacko-Fischen, die du bisher bekommen hast, diesen Hai zu besiegen, bis du diesen Hai dann tot hast. Und dann erlernst du den Hai und dann bist du König der Meere. So, läufst du so lang und zerberstest alles mit deinem Hai. Das ist so geil. Dann gehst du aus dem Meer wieder raus, bist so an der Oberfläche, spawnst so ein Hai auf der Wiese und es ist einfach, er macht Platscher. So, es ist einfach, er kann nichts mehr. Es ist so ein Hai über Wasser und er wobbelt da einfach nur so rum und kriegt nichts mehr geschossen. Und ich so, okay, nee, vielleicht brauche ich hier eher einen Wolf. Also das ist irgendwie cool, dass man sich so einen richtigen Kader an kleinen Tierchen zusammenbaut, mit denen man dann angreift. Und was auch cool ist, ist, dass der Kampf dann viel interaktiver ist, als ich dachte. Aber die werden nicht irgendwie trainiert oder so? Nein. Die haben ihre Fähigkeiten und die sind dann so, wie sie sind. Es gibt von verschiedenen Monstertypen mehrere Level. Also es gibt zum Beispiel, relativ am Anfang vom Spiel kannst du einen Vogel erlernen, der halt von oben dann Gegner angreift und dann ein bisschen später im Spiel kriegst du halt eine bessere Version von dem Vogel. Wie als hätte er sich als Pokémon weiterentwickelt, aber es ist dann einfach wie eine neue Spezies. Dann keine Meise, sondern ein Bussard. Genau, ja. So unter dem Motto, okay. Genau, ja. Also das ist ganz geil. Aber was ich gedacht habe, als ich die ganzen Trailer von dem Spiel gesehen habe, ist, ah, da ist dann ein Gegner, dann spawnst du dein Pokémon so nach dem Motto und das erledigt dann den Kampf für dich. Aber es ist viel interaktiver, man ist viel mehr einbezogen, weil man auf der einen Seite sehr viel darüber regeln kann, wo man gerade selber langläuft und auf welchen Gegner man seine Tiere dann hetzt, ja, weil du kannst halt fokussieren auf einen Gegner und dann wird der kollektiv von allen Monstern, die du selber gespawnt hast, angegriffen. Aber vor allem kannst du die Monster auch andauernd neu spawnen, weil du kannst halt nur eine gewisse Menge an Dingen erschaffen und wenn du schon deine Energie quasi aufgebraucht hast, um Dinge zu erschaffen und was Neues erschaffst, dann verschwindet einfach sofort das Älteste, was du erschaffen hast und das Neue wird gespawnt. Und dadurch kannst du halt diese Viecher, die du erlernt hast, diese Monster, auch wie eine Art Attacke nutzen. Es gibt zum Beispiel so ein kleines Tier, das sich nach vorne rollt, um dann in etwas reinzurollen und es dadurch so wegzusmacken. Und es ist dann so, ja, du kannst da spawnen, einen Gegner markieren und dann versucht dieses Tier da rumzulaufen und sich auf den Gegner zu rollen. Du kannst aber auch einfach aktiv Teil des Kampfes werden, um den Gegner drum rumrennen und immer ein neues Rollvieh spawnen, bam, in seine Fresse, einmal um die Kurve gelaufen, neues spawnen, bam, in die Fresse. Und selbst wenn dann dein Rollvieh gerade irgendwo rumläuft und keine Ahnung hat, was es da gerade machen soll, dann bringst du dich in eine bessere Position, spawnst ein neues, das alte verschwindet, bam, du kannst es vielleicht wie so eine Dauer-Roll-Attacke quasi dann deinen Gegner in die Fresse hauen. Und das ist halt, das hätte ich nicht erwartet, dass das so interaktiv ist und einen dann so mit einbezieht. Und das ist fast schon mein Highlight bisher, dieses Kampfsystem, das hätte ich nicht erwartet. Es ist so dieser Pokémon-Zelda-Hybrid, wo ich nicht wusste, dass ich den brauche, aber jetzt, wo ich ihn habe, weiß ich, das ist es. Gibt es denn bei dem Spiel irgendwas, was man mit zwei Spielern machen kann oder ist das, weil bei Link's Awakening oder ist ja auch generell bei Zelda so immer, dass, wenn man das zum Beispiel mit der Freundin spielen will, einer sitzt halt einfach dabei. Ist auch weiterhin so, oder? Ja, das ist auch weiterhin so, ja. Also bei mir ist es immer so, wenn ich mit Ellie spiele, dass sie dann halt so quasi viel rumguckt und mich auf Dinge hinweist, so ah, guck mal, da ist ein Höhleneingang, ah, guck mal, das Ding kannst du vielleicht erlernen, weil das mit dem Erlernen ist auch nicht ganz offensichtlich manchmal. Also Dinge, die man in der Overworld erlernen kann, sind gekennzeichnet dadurch, dass sie so leicht glitzern. Du kannst nicht einfach alles lernen, sondern halt so vorausgewählte Objekte sozusagen und manchmal checkst du gar nicht, dass du irgendwas lernen kannst. Da läufst du irgendwo durch den Wald oder so und dann liegt da so eine Eichel in der Ecke und glitzert oder so. Und wenn du halt voll im Spiel geschehen bist, kriegst du es manchmal nicht mit. Oder ist Ellie dann bei mir immer die, die dann daneben sitzt, sagt, ah, guck mal, da, 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 unbedingt lernen, da, da. Und so kann man schon natürlich auch die Story und so und die Atmosphäre und die Musik und so das alles gemeinsam genießen, aber so gemeinsam kämpfen, gemeinsam so die Story voranbringen oder so, das ist nicht, das ist ein Singleplayer-Game auf jeden Fall. Okay. Ja, schade, weil das wäre noch eine coole Komponente irgendwie gewesen. Ja. Aber dann wären es wahrscheinlich 10 FPS. Ja, Switch 2, wo bleibst du? Okay, ich würde sagen, lass uns noch zu den Comments kommen, oder? Ja, geh mal weiter runter, wir fangen mal mit dem unteren. Ja, stopp, hier. Mit dem können wir auch wirklich direkt rein starten, weil das ist wieder eine, wie haben wir die Kategorie genannt? Entweder-Oder. Entweder-Oder-Frage von Bundesadler11. Der hat hier für Nachschub gesorgt, sieben Entweder-Oder-Fragen, sehr fleißig gewesen. Fangen wir mal mit der ersten an. Im Supermarkt, SB-Kassen, wo man nur noch mit Bargeld, Achtung, Omi mit Münzen, zahlen kann, oder klassische Kassen am Supermarkt bargeldlos? Ja, für mich ist es eindeutig. Auf jeden Fall normale Kasse bargeldlos. Weil ich bin halt, also ich finde es stressig, immer die richtige Menge an Bargeld dabei haben zu müssen. Klar, wenn man so ein Typ ist, der dann einfach eh immer mit ein paar Fünfzigern in der Hosentasche durch die Gegend läuft, so, dann geht es vielleicht. So, aber einfach diese Gewissheit zu haben, egal wann und wie und wo ich in den Supermarkt gehe und egal, was ich kaufen will, theoretisch geht es. Ich habe mein Handy dabei, so, solange ich das Geld auf dem Konto habe, funktioniert das. So, das ist eine Convenience, die will ich nicht loswerden. Und SB-Kassen ist ja sowieso kacke. Nee, ich feiere SB-Kassen schon, aber nur für kleine Einkäufe und wenn ich es eilig habe. So große Kassen sind natürlich so, wenn du so einen Wocheneinkaufs machst und so, ist einfach geiler, weil du kannst dich darauf konzentrieren, deine Sachen einzupacken, wer sich halt jemand anders darauf konzentriert, das zu scannen und zu machen. Also für mich ganz klar, bargeldlose, klassische Kassen. Ja, würde ich glaube ich auch sagen, weil SB-Kassen, ich bin halt so ein Typ, ich kaufe halt, mache halt immer nur Großeinkäufe und dann halt seltener gehe ich einkaufen und das ist halt mit SB-Kassen wirklich beschissen. Und deswegen wäre ich da auch an dem Start, aber ich muss sagen, ich feiere es voll und das ist jetzt natürlich damit nicht abgedeckt. Und einfach die, also ich feiere das sehr bei Edeka, die smarten Einkaufswegen zu nutzen. Finde ich vom Workflow wirklich zehn von zehn. Ja, das ist ja quasi wie eine SB-Kasse zu mitnehmen. Ja, okay, kann man, ja, kann man, dann wird es wahrscheinlich unter SB-Kasse. Ja, es ist halt nur, dass du nicht am Ende des Einkaufs scannst, sondern während des Einkaufs. Dann switche ich doch, wenn das damit abgedeckt ist, sage ich SB-Kassen mit Bargeld. Ja. Weil das ist auch aktuell mein Workflow, smarter Einkaufswagen und dann Bargeld an der Kasse. Ja, why not, okay. Also ja, da wäre ich an dem Start. Ja, und vor allem, was ich vielleicht auch noch zusätzlich sagen muss, das ist ja wahrscheinlich global gesehen und ich finde halt Bargeld los, international zahlen, ist halt tausend. Wenn du mal irgendwie in einem anderen Land bist oder so, wenn ich mal irgendwie für ein paar Tage in Amerika bin, jedes Mal sich da die Dollars rauslassen zu müssen oder so, ist doch scheiße. Das ist echt geil. Okay, nächster entweder oder. Perfektes 5G überall mit 10 GB Datenvolumen oder Unlimited 4G. Unlimited 4G. Ja, selbst gehe ich auch mit. Also 5G ist natürlich nice, gerade wenn du was Größeres runterladen willst oder so. Ist bei mir auch manchmal so, unser WLAN zum Beispiel im Studio ist jetzt nicht das allerstärkste. Wenn da mal gerade drei Leute gleichzeitig irgendwie fett Daten schieben wollen, dann springe ich gerne mal auf 5G, weil ich weiß, das ist einfach schneller und dann genieße ich die Geschwindigkeit von 5G auf jeden Fall auch. Aber 10 GB Datenvolumen wäre mir tatsächlich einfach zu wenig. Also ich würde das schnell ausreizen. Nicht, weil ich es jeden Monat übertreffe, aber weil es für mich auch irgendwie so eine Sache ist. Wenn du ein Datenlimit hast, dann fängst du an, anders über Daten nachzudenken. Das ist halt immer so dieses so, kann ich das jetzt machen? Ist es noch drin? Blablabla. Du hast keine Ahnung. Du hast den zweiten des Monats gerade frisches Datenvolumen. Oh, du willst gerade für 5 GB was runterladen. Traust du dich dann? Ist es überhaupt direkt die Hälfte des Datenvolumens rauszutaschen? Und es ist halt so, wenn du Unlimited hast, ist es so mindless. Es ist so, du stellst dir nicht mehr die Frage, geht das jetzt oder bla, sondern es ist immer nur so, macht es gerade mehr Sinn, das über Mobilfunk oder über WLAN? Das ist dann die einzige Frage, die bleibt. Und es ist so ein Luxus. Seitdem ich Unlimited habe, habe ich mich so dran gewöhnt, das könnte ich nicht wieder loslassen. Ja, und ich meine, der Unterschied zwischen 5G und LTE ist jetzt ja auch nicht so riesig, dass er mal anders ist. Wenn er jetzt 3G geschrieben, dann das wäre tricky gewesen. Aber 4G beziehungsweise LTE ist ja schon usable. Okay, Dosen oder Tütenchips? Tütenchips. Dosenchips. Ich finde vor allem diese neuen, klinge jetzt fast nach Product Placement, aber ich bin legit einfach Todesfan. Pombeer. Von diesen Pombeer-Stapelchips, die sind einfach wirklich, das war der Geniestreich des Jahrtausends, die als Stapelchip rauszubringen. Ist einfach praktischer, kompakter, man saut sich auch die Finger und so nicht so ultra ein, finde ich bei so Dosenchips. Ich finde es auch immer so stressig, wenn so Tütenchips dann so langsam leer werden oder so und so richtig, nee. Okay, ja, du hast, ich switch auch Dosenchips. Nee, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber es hat schon einige Vorteile. Aber ich finde bei den Pombeeren ist das ja eigentlich so, ist es so dumm, dass es so ein Tütenchips ist und dann noch irgendwie in so eine Form, da verlierst du ja richtig viel, richtig viel Space. Das ist nur für den Swag. Obwohl man natürlich sagen muss, geschmacklich ist die Vielfalt bei den Tütenchips natürlich sehr viel höher. Die haben sich auch viel mehr durchgesetzt. Ich glaube halt bei, ich glaube Dosenchips ist halt vom Verpackungsaufwand deutlich höher. Also es ist deutlich teurer für den Chipshersteller, diese Dose zu kaufen, als einfach eine Tüte. Ich glaube, ich glaube. Doch. Ich meine da schon mal mit unserem Kollegen Colin drüber gesprochen zu haben, genau über dieses Thema und er meinte. Stimmt, so Tüten kannst du auch einfach durchlaufen lassen. Das ist so ein Führerste Bamm, nächste Bamm. Ich glaube sogar, dass ich da mal gehört habe, dass sogar da die Dose teurer ist, als die Chips vom Verhältnis. Also du kaufst eigentlich mehr diese Dose als die Chips. Auch so bei Nüssen und so, wenn die in diesen Metalldosen sind. Wobei Nüssen, weiß ich jetzt nicht, ob das Verhältnis da auch passt. Ich höre auf Scheiße zu labern, wo ich gar keine Ahnung von habe, aber ich habe gehört, dass es bei Dosenchips auf jeden Fall so ist, dass die Dose teurer ist als der Inhalt. Und ich muss wieder wechseln. Ich habe gerade nochmal darüber nachgedacht. Ich wechsle wieder zu Tütenchips. Weil das Ding ist, ich liebe Dosenchips über alles. Aber wenn man genau nachdenkt, Dosenchips können nur auf eine Art und Weise schmecken. Das ist immer dieses gebackene, wie so, du hast halt diesen gemahlenen Chipsbrei, der in die Form gepresst und dann gebacken oder frittiert oder whatever wird. Und es ist immer, es ist ein Geschmack, den ich persönlich sehr mag. Ich finde es geil, diese Chips, aber es ist halt nur diese eine Art und Weise, Chips zu haben. Die Vielfalt bei Tütenchips ist der Game Changer. Du kannst so, nein, wirklich. Ja, ja, klar. Nicht nur in der Art und Weise, wie es frittiert ist, ob du dann so Rillenchips oder klassische Chips hast, sondern auch generell einfach auch solche Sachen wie so Gemüsechips, wenn du so Karottenchips und sowas vielleicht auch manchmal hast oder auch so Linsenchips und so ein Kram. Aber es gibt so viele geile, interessante Sachen so bei Tütenchips. Ich habe eine Tüte Linsenchips hier im Studio. Können wir uns gleich gönnen. Die ziehen wir uns gleich rein, ja. Aber ich würde auch wieder switchen. Bei dem Chips-Ding ist das so, du hast einmal eine gute Argumentation gerade geliefert und jetzt hast du aber wieder eine gute Argumentation geliefert. Also ich würde dann auch bei Tütenchips einloggen. Ja, let's go. Final answer. Kohle aus der Dose oder aus der Glasflasche? Digga, Dose ist schon sehr geil. Ja. Aber also Glasflasche finde ich halt ist auch gut, aber ist halt auch echt unpraktisch. Ja. Ich finde, ich trinke Cola sehr gerne beim Autofahren. Da finde ich Dosen immer so semi-nice. Das ist halt meistens so ein halber. Aber eine Glasflasche ist natürlich auch so in 50% der Fälle halt nicht mit Schraubverschluss, sondern dieses so. Glasflasche ist auch meistens einfach 0,33 Milliliter, obwohl Dose auch. Ja, aber ich muss trotzdem sagen, also ich weiß gar nicht so, ob das so nachhaltigkeitstechnisch so einen Riesenunterschied macht, da bin ich gar nicht up to date. Glas ist viel geiler. Viel geiler. Ja. Ich habe mal gemeint irgendwo gehört, sondern es halt auch ultra viel Energie kostet und so die zu waschen und blieblab. Aber ich weiß es gar nicht. Also wenn du sagst, du weißt es, dann vertraue ich dir da einfach mal. Dann müsste man eigentlich guten Gewissens die Glasflasche dann nennen. Aber ich muss sagen, es geht einfach nichts über dieses Gefühl, wenn du so eine eiskalte Cola-Dose hast und du klopft auch dieses so. Du musst es ja eigentlich nicht mal wirklich machen, dieses auf den Decke kloppen, wenn so die Dose nicht groß rumgeschüttelt wurde oder so. Ist eigentlich so egal. Aber dieser Vibe einfach. Du nimmst dir diese kühle Dose und dann ist das klopf, 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 klopf. Und dann zischt die so, wenn du die aufmachst und dann diese wirklich eiskalte Dose dann so an die Lippen setzt und so. Das ist einfach der Vibe. Das ist der Vibe. Und deswegen muss ich auch Dose einloggen. Ja. Aber Glas ist safe, deutlich nachhaltiger als Dose, Metalldose. Weil überleg dir mal, die Metalldose muss komplett eingeschmolzen werden. Ja, true. Und wieder neu recycelt werden und einschmelzen ist halt auch super. Ja, das ist kompletter Bullshit. Und Glas wird halt mehrfach genutzt. Also da wird das Waschen jetzt nicht so aufwendig sein. Okay. Das muss ich jetzt einmal kurz nachfragen. Das ist der Kohle aus der Dose. ChatGPD wird uns das gleich sagen. Ja, also ich bin da relativ confident, dass auf jeden Fall die Glasflasche besser ist. Ja, die Frage ist natürlich auch, wie viel besser. Schon deutlich besser. Boah, gib mir doch einfach mal eine... Das ist auch immer, die geben mir immer so eine... Transportdosen, Aluminiumdosen sind leicht, was beim Transport Energie spart. Glasflaschen sind schwerer, bla bla. Okay. Wir wollen ein Fazit. Hat hier so ein... Genau, mach mal... Ich will ihn gar nicht unterbrechen. Ich glaube... Fazit. Mehrweg-Glasflaschen sind in der Regel die nachhaltigste Option, da sie viele Male wiederverwendet werden und den Gesamtressourcenaufwand senken. Aluminiumdosen können jedoch nachhaltiger sein als Einweg-Glasflaschen, okay? Insbesondere, wenn das Recycling effizient ist und der Transport eine Rolle spielt. Die genaue Antwort hängt also stark von lokalen Recycling- und Mehrwegsystemen ab. Ja, also Flasche... Jetzt mach nochmal Dosen versus Tütenchips. Was ist nachhaltiger? Äh, was? Mal gucken. Aber... Nachhaltiger Dosen oder Tütenchips, als ob die... Mal gucken, das ist eine Challenge-Frage. Ja, wie viel weiß der Vergleich von Nachhaltigkeit von Chips in Dosen wie Pringles oder Chips in Tüten wie herkömmliche Kartoffelchips, geil. So Dosenchips haben so richtige Marke und der Rest ist so... Ja, ja, ja. Er macht wieder... Er ist noch beim Aufsatz. Also das ist... Aber ich wusste gar nicht, dass es auch Einweg-Glasflaschen gibt. Das ist richtig lust. Ja, bei Cola maybe nicht. Aber so für Wein zum Beispiel ist es mega scheiße. Ja, Wein safe. Und Wein aus der Dose gibt es sowieso nicht. Hoffe ich zumindest nicht. Doch, gibt es safe. Ja, keine Ahnung. Und international ist es natürlich auch eine Frage. Also in Deutschland haben wir natürlich ein gutes Mehrwegsystem irgendwie für Glasflaschen. Aber das ist ja auch nicht überall so. Wenn man ausschließlich die Verpackung betrachtet, sind Chips in Tüten tendenziell nachhaltiger, weil sie weniger Material pro Chipsmenge benötigen und beim Transport effizienter sind. Allerdings bleibt die Herausforderung, dass beide Verpackungstypen in den meisten Fällen nicht recycelbar sind. Was? Warum kannst du denn eine Tüte nicht recyceln? Weil das verschiedene Aluminium-Layer sind, glaube ich. Boah. Also ich glaube, die brauchen so eine ganz besondere, auf der Innenseite so eine ganz besondere, ja, Beschaffenheit, dass das halt lange haltbar ist. Ja, auch Chips-Tüten sind oft nicht recycelbar und landen ebenfalls im Restmüll. Der Unterschied ist jedoch, dass sie insgesamt weniger Material benötigen, was den Müllberg kleiner hält. Und toll. Ja, okay, ja. Ja, also das ist aber ganz offensichtlich. Also so eine Chips-Tüte ist ja von der Masse halt nichts. Ja, und so eine Dose ist ja auch 500 Layer. Das tut so, als ob sie aus Pappe wäre, aber dann noch eine Aluschicht, noch eine Folien-Schicht und noch eine. Ja, und ich finde, wir haben uns da richtig gut vorangearbeitet und ich bin jetzt echt happy mit der Auswahl Tüten-Chips-Firmen. Ist schon. Ja, das ist wirklich. Wir haben das wirklich gut beantwortet. Ja. Okay. Kann man sich auch mal selber auf die Schulter klopfen. Fünfte entweder, oder? Eine Welt ohne Projektionstechnik oder eine Welt, wo Menschen keinen größeren Bildschirm als 13 Zoll herstellen können. Also, das muss eigentlich andersrum heißen, oder? Also, die Frage ist ja quasi, entweder Projektoren, die den Vorteil haben, dass sie so groß werden können, wie sie wollen, aber halt Nachteil bei der Bildqualität oder halt so geile Displays, wie man möchte, aber nur bis 13 Zoll. Weil so, wie es jetzt dasteht, oder habe ich es falsch verstanden? So, wie es jetzt dasteht, ist es so, entweder Bildschirme bis 13 Zoll oder keine... Nee, es ist genau das Gleiche. Hä? Es ist genauso, wie du auch gerade gesagt hast. Also, man soll sich entscheiden in einer Welt, wo man nur Projektoren hat, aber dafür können die richtig groß werden. Also, kannst du auch 100 Zoll oder 70 Zoll Projektionsfläche machen. Oder eine Welt, wo es zwar Bildschirme gibt. Ja, stimmt. Ich habe es einfach nur andersrum verstanden. Ja, die Welt, in der man nur Bildschirme bis 13 Zoll herstellen kann, haben Projektoren. Das heißt, alles über 13 Zoll muss ein Projektor sein. Und die andere Welt hat unendlich große Bildschirme, aber gar keine Projektionstechnik. Genau. Ja, dann gehe ich auf keine Projektionstechnik. Ja, safe. Das ist natürlich whack für die Kino-Betreiber, aber ist ja nicht mein Problem. Wir müssen halt eine LED-Leinwand ins Kino bauen. Also, es geht ja. Also, zum Beispiel im Apple Park ist ja auch kein Projektor drin, sondern dieses, im Steve-Jobs-Theater, diese fette Leinwand, die die da haben quasi, das ist auch einfach nur ein riesiger OLED-Bildschirm quasi im Endeffekt. Also, es sind natürlich so wie, wie man es von Sportstadien oder Großveranstaltungen oder Konzerten kennt, diese riesigen Wände so. Das sind ja auch keine Projektoren. Das sind ja auch riesige Selbstleuchtende. Und dann halt auch oft mit großen LEDs und dadurch halt natürlich auch keine Hintergrundbeleuchtung, knackige Kontraste und so. Wäre im Kino vielleicht auch gar nicht so schlecht. Das ist ein OLED-Kino. Ja, das wäre doch sick. Also, scheiß auf Projektor, ciao. Ist natürlich günstiger Projektor, aber gut, was macht das dann mit dem Kino-Ticket-Preis? Digga. Fragen über Fragen, ja. Aber kein Bildschirm über 13 Zoll ist doch pain. Allein zum Arbeiten am Computer. Du willst doch nicht am Beamer arbeiten. Ein 13 Zoll-Notebook ist, also, als dauerhafter Computer kämpfe mich überhaupt nicht in Frage. Nicht über 13 Zoll kommen. Also, so als Laptop für unterwegs, okay, maybe. Aber selbst da will ich ja lieber ein 15 Zoll haben. Du willst aber auf jeden Fall ein Display haben, wo du es anschließen kannst. Ja, als externen Monitor am Schreibtisch, 13 Zoll wäre ja lächerlich. Ja. Also, ja, dementsprechend ist das ganz klar. Ja. Ähm, sechste Frage, Teleskope oder Mikroskope? Boah. Safe-Mikroskope. Guck mal, die Welt, die Welt würde ohne Teleskope, klar, wir hätten weniger Erkenntnisse über, ne? Weltall. Über das Weltall. Und die Frage auf alles. Aber ich glaube, Mikroskope sind trotzdem viel wichtiger für, dafür gewesen, dass wir zu dem Punkt kommen, wo wir jetzt sind. Ja, auch für Industrie. Ja, das war auch, ich fand Mikroskope, ich habe nicht so viel mit Mikroskopen zu tun, aber als ich bei Apple in diesem Labor war, wo die gezeigt haben, wie die so forschen, was mit den Geräten passiert ist, die so beim Testen kaputt gehen und so, da hatten wir halt auch so ein insane krasses Mikrofon, äh Mikrofon, Moin, Mikroskop am Start, so ein Elektronenmikroskop mit irgendwelchen, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau hieß, aber es war noch krasser als ein Elektronenmikroskop, mit dem wir halt so richtig so auf atomarer Ebene schauen konnten, wie eine Bruchstelle in einem Material entstanden ist. Und das ist ja, alleine sowas ist ja für Materialforschung insane wichtig, für in der Biologie oder so, es ist so, so viele Erkenntnisse, so ja, 100% Mikroskop, ja. Ja, gar keine Frage. Aber ist natürlich schade, um den Universen. Klar, wir wüssten dann nicht, wie groß die Milchstraße ist und Pipapo und wie die Konstellation von Planeten und Pipapo, aber scheiß drauf. Pipapo, dies, das. Das bringt uns auch nichts. Wir wissen im Endeffekt immer noch nicht, wie genau dieses riesige Weltraum aussieht. Dieses riesige Weltraum. Was ist dieses Weltraum? Ja, aber gut, man fühlt sich dadurch, äh, komm, hören wir auf damit. Ähm, Smart Home oder Smart Car, wie aktuell zum Beispiel Tesla? Ja, das ist schon sehr unkonkret, oder? Ja, also, ich sag mal so, alles, was, ich würde sagen, ein Car ist kein Smart, ist ab dem Moment ein Smart Car, wo es eine App hat. Mhm. Ähm, und das ist schon sehr geil. Smart Home allerdings ist natürlich auch sehr wichtig. Aber. Ich finde, das ist wirklich schwierig zu sagen. Weil, zum Beispiel, ich könnte auf die App auf jeden Fall verzichten, aber auf sowas wie so ein, keine Ahnung, Spurhalteassistent jetzt nicht, aber ist das auch Smart? Ja, eigentlich schon, das ist auch Smart Car, klar. Also eigentlich ist das so, du müsstest Golf fahren, einen alten? Nee, Smart Car. Ja. Ist es für mich. Smart Home tut zwar weh, loszulassen, so gerade für smarte Lichtsteuerung und so, ist schon ein Megakomfort. Auto ist schon wichtiger, ne? Ja, es ist ja vor allem auch sicherheitsrelevant, wenn du auf Fahrassistenzsysteme gehst, wenn du ein Smart Car schon so definierst, dass so ein Kollisionsassistent oder so ein Notbremsassistent, dass sowas schon ein Auto zu einem Smart Car macht. Ja, es ist halt 100 Prozent. Und war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, nie wieder fahre ich, oder wenn es nicht sein muss, fahre ich dann ein Auto ohne Spurhalteassistent, weil das kann im Zweifelsfall überleben und tot entscheiden. Und so viel, wie ich Auto fahre, never, dann laufe ich lieber zum Lichtschalter. Ja gut, Smart Home ist nicht nur Lichtsteuerung. Ja, aber gut, bei mir zu Hause schon. Was habe ich an Smart Home zu Hause? Ich habe noch eine smarte Waschmaschine, aber eigentlich ist es Licht. Okay, ja. Ich bin ja trotzdem auch auf deiner Seite. Aber was würdest du, wenn du auf Smart Home verzichten müsstest, bei dir zu Hause, was würdest du da am meisten vermissen? Ja, halt Bewegungssensoren sind halt schon echt geil. Also das hat ja nicht nur was mit Licht zu tun, aber das ist halt echt geil. Oder auch zum Beispiel, was ich auch richtig sinnvoll finde, ist im Badezimmer halt, wenn du einen Feuchtigkeitssensor hast, du hast Duschen, Feuchtigkeitssensor merkt, okay, der war jetzt Duschen, ist Feuchtigkeit im Raum, Lüftung geht an, sowas ist halt echt geil. Ist das eine PV-Anlage, Smart Home? Nein. Okay. Nee, ist kein Smart Home. Dann kann ich mein Smart Car ja wenigstens dann noch mit Sonnenstrom. Nee, das würde ich nicht zu Smart Home zählen. Das gab es ja auch schon, gibt es ja auch schon ewig. Ja, klar, aber es spielt in Smart Home auf jeden Fall mit rein. Okay, jetzt habe ich hier noch einen XXL-Kommentar, den darfst du gerne vorlesen, anlass ich dir mal den Vortritt. Ja, aber lass mich den mal hier kurz noch hervorholen, meine Notizen habe ich den hier ein bisschen näher an. Okay, da mache ich so lange noch einen kurzen Kommentar von Repu. Die Quest 3 hat LCD und kein OLED. Die Quest 3S hat nur LCD und keine zweite. Hat nur ein Display und keine zwei Displays. Ja, das war im letzten Crewcast, dicke Sorry geht raus, Leute. Da habe ich gänzlich falsch ein Video zitiert, was ich gesehen hatte. Das ist natürlich whack, nur eine Quelle für sowas zu haben. Aber ja, da war ich dann komplett daneben. Tut mir leid, dann was Repu gesagt hat. Das ist das Richtige. Okay, dann kommen wir zu Goodbrain. Goodbrain. Na, Goodbrain hat geschrieben, ich habe noch eine Sache für die Kategorie My Biggest Flex. Am 10. September ist die Polaris Dawn Mission mit einer Falcon 9 von SpaceX für einen privaten Raumflug gestartet. Während dieses Fluges wurde ein Musikvideo aufgezeichnet, um Spenden für das Jude Christians Research Hospital zu sammeln. In diesem Musikvideo haben mehrere Musikgruppen weltweit mitgewirkt, um gemeinsam Race Theme von John Williams zu performen. Unter anderem war auch Brass for Africa ein Teil dieser Kampagne, bei dem ich das vergangene Jahr über meinen Freiwilligendienst in Uganda absolviert habe und zufälligerweise durfte ich den Teil von Brass for Africa filmen, der jetzt im Musikvideo zu sehen ist. Ich bin mir der Kontroverse um Elon Musk private Raumfahrt und SpaceX bewusst, fand es aber trotzdem sehr cool, die Möglichkeit zu haben, Teil dieser Kampagne zu sein und ein Stück Video zu filmen, was mit einem SpaceX-Raumflug zu tun hat. Ja, fett, also das ist definitiv Kategorie My Biggest Flex, aber bis jetzt nicht mit hochgeflogen hast, hast du das da oben gefilmt, oder? Das wäre doch ein deutlich krasser Reflex, aber das ist schon stark auch trotzdem, ja geil. Ja, vor allem über so viele Ecken, ne? Dann in Uganda, irgendwie dann... Komplett random reingeglitscht in diese Raumfahrt. Ja, das ist verrückt. Aber ich denke, das ist es dann an der Stelle, oder? Machen wir den Sack zu, ja. Es war mir eine große Freude, besuch mich gern mal wieder, ich habe immer ein Mikrofon für dich parat. Tatsächlich hätte ich kein Mikrofon für dich parat. Dann würde ich meinen, dann bringe ich vielleicht mal meinen. Aber das Ding ist auch irgendwie, meistens, wenn ich dich besuche, dann habe ich irgendwie noch Family im Gepäck und so, dann machen wir immer andere Sachen. Ja, das sind unterschiedliche Arten von Besuchen. Ja, und hier so mit Studio ready und so, kann man kurz reinsliden, dann mal aufnehmen. Ja, stimmt. Ich habe meine Mikrofone sonst alle bei uns im Studio und das ist ja nicht direkt bei mir um die Ecke, also... Aber vielleicht müsste ich euch einfach mal da besuchen. Und da war ich noch nie. Tatsächlich, ja. Ja. Aber gibt es gute Gründe, da mal vorbeizukommen? Klar, die Menschen. Aber so studiomäßig kennst du doch Studios, also... Das ist ein Studio, okay, merke ich mir. Ja. Gut, in dem Fall, vielen Dank, Leute, fürs Zuhören und mit dabei sein. Es war mir eine große Freude. Es war mir auch eine super große Freude, hier mal wieder diesen Körperkontakt fühlen zu können, diese Nähe, ja. Das habe ich ja so vermisst. Oh nein. Scheiße, jetzt müssen wir noch so... Okay, Karl, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis denn, Herr Antenne. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Well, don't it seem like a trap, oh, like putting all of your joy in a big brown bag? No, I won't listen to any of that job. Growing up is just a trap, oh, yeah, well, growing up is just a trap, oh, growing up is just a trap.